von Parke bei Bar, ja, Harzstein die spielen Harzstein, mit TZ, bitte so ja, liebe Leute, ihr werdet jetzt vielleicht kurz überrascht sein, passt mal auf oh, das ist so ein schöner Moment ja, wohl, ich glaube, ich spiele auch keine Runde mehr nee, wär jetzt auch drauf, du musst jetzt schiverig spielen, du Penner nee, nicht Abenteuer, ich wollte ja Tagesaufgabe hm, passt mal auf, Leute oh, ich hab schon wieder kein Dienste nächstes Jäger spielen ok, dann starte ich jetzt extra nochmal das Spiel oh, jetzt hat man es schon gesehen ich hab schon wieder kein, ne, kein Schwert da guckt mal, was ich spielen kann, Leute guckt mal, voll süß voll süß und der Hund ich kann Mopsi spielen ja, ich hab mir selber einen Panda gebastelt also bei mir scheiß grad ich, äh, bisschen pur aber es hat, äh, vorgestern, glaub ich, geschmied zack, 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 zack sieht zwar ein bisschen schämig aus der Panda aber ich hab jetzt immerhin der Hund Noms, 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 als wenn er dabei naschen würde ja, ich hab jetzt den Kopf einfach mal kopiert, Luna ja, also ich hab ihnen komplett für jede Animation denselben Kopf genommen, weil als Noms da die ganze Zeit, das sieht voll doof aus Noms, 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 noms Noms, 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 noms Noms, 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 noms Ich habe auch überlegt, ob ich vielleicht in Zukunft noch ein bisschen öfter Spelangi bringen soll, weil ich spiele es ja eh die ganze Zeit. Dann kann ich ja mal ein bisschen hier aufnehmen wieder, ne? Na klar, na klar. Gar nichts, Stalker. Fängt gerade erst an. Läuft jetzt erst zwei, drei Minuten erst. Ich mache gerade noch hier die Tagesaufgabe oder die Tagesherausforderung. Dann kommt Chivalry mit dem Vex, weil die anderen beiden haben es nicht. Aber ich werde es mal angucken. Vielleicht gefällt es mir ja doch. Ja, ist ganz lustig. Also es ist sehr splatterig. Sehr splatterig, darauf steht ja Brugger. Ja, warum nicht? Ich muss ja erst mal überlegen. Das weiß es nicht. Überlegen. Das weiß es nicht. Was ist das? Ich kann auch nichts dafür, Mann. Ich habe gerade noch eine Schnappartmock. Ja, okay. Das hört sich jetzt irgendwie... Ja. Ja. YouTube Analytics, YouTube Changes. Oh, Broadband TV sagt, dass YouTube Changes, was? Ja, ja. Wegen dem Copyright. Also, wenn ich jetzt ein Musik läd, der ist nicht so gut dabei, leider. Also man muss jetzt aufpassen. Das heißt, die Gäste verändern sich irgendwie. In der Channel Analytics, diese Daten sind organisiert über die nächsten paar Tage. Einige Träten, die vielleicht ein 0 vor den Gästen, und ein paar historische Daten, die vielleicht temporär nicht disponibel sind. Das Display... Okay, ja, zeigt irgendwelche Daten dann die nächsten Tage falsch an. Weil YouTube mal wieder geil ist. Richtig geil. Stig geil, du. Ja, wir sind gerade so kommentatorisch voll oben. Es ist ein Fanzig mit der Nara, also stellt bitte keine Fragen. Deine Qualität ist grad voll oben, Maddy. Ja, ging für mich. Wir sind kommentatorisch auf N.A. Level angekommen. Not available. Not available Level, genau. Das meine ich mit N.A. Ohhhh, 4-4-Spot. Sehr schön. Der zockt der N.A. So muss das sein, so muss das sein. Wo muss das sein. Du musst mal hier Facebook und Twitter wegmachen. Oh nein, hier habe ich in der Weltschirm. Die Frage von Antonia. Kommt Sonntag trotzdem ins Stream, oder wird der heute vorgezogen? Nö, kommt trotzdem. Du schaust einfach mal so spontaner Random Stream. Big Chivalry. Und die Chivalry. The deadly Chivalry. Wir werden den Deadliest Lalsken! Lalsken! Ja! Lalsken! Der Deadliest Lalsken kommt rein! Sehr schön! Oh ne, ich bin so doof! Ja! Eckbarn so blöd! Ha! Leviosar! Der stream dort übrigens flüssig, laut Ghoststalker 84! Das ist schön! Was hat das CP geschrieben eigentlich, warum werden hier Messages jetzt schon wieder deleted? Was? Werden schon viele Leute gebannt für irgendwas, ich weiß nicht was? Ja, der SCP-087. Mir ist das Gefühl, dass SCP-087-B geschrieben hat, dass du SCP-087-B spielen sollst. Ich weiß es nicht, soll ich? Habe ich das nicht schon gemacht? Ich lese das ziemlich oft in den Kommentaren, dass irgendwer von euch beiden SCP spielen soll. Containment Breach von allem. Ein Roulette könnte ich mal machen, das Deathroulette. Ich weiß nicht, könnt ihr Bear Taffy? Oder Michael R. Fox? Die sind super. Was? Was war das Ding gerade? Irgendwie hat es gerade ein Monster-Lag. Was? Ja. Die Sprachquallye hat schon wieder abgenommen. Das lag gerade unendlich. Oh man. Oka? Ist es noch da? Ja, ja. Der stream kackt auch gerade ab. Och nein! Moin! Ja, ich seh's gerade. Ich bin jetzt schon durchs Exit und seh jetzt gerade... Na ja. Ja, seid mal nicht so extrem, Leute. Hier mit dem Bannen und so. Gary. Ne? Kneift mal ein Auge zu, wenn Leute ein bisschen Kaps locken oder so. Nein! Nur wenn's wirklich wird, dann bitte nicht. Da verwandelt er einfach mein Bär in den Frosch. Mit 0,1. Das ist wunderbar. Dann Bär, sein Frosch. Meine hart erkämpfte Kreatur. Poker lädt so nebenbei was hoch? Hm? Ne. Ich lade den Stream hoch, ja. Ja, irgendwie ist die Gesprächsquallye gerade für den Arsch manchmal. Und der Stream lag bei mir übel zur Sorte. Ernsthaft? Naja, irgendwie ist gerade das Internet so ein bisschen doof. Ist ja immer dieses Internet. Was ist denn dieses Internet? Soll ich vielleicht die Konfe übernehmen, dass das dann schon mal ein bisschen entlastet wird, dein Netz? Mh, können wir gleich mal probieren, ja. Ja. Ja, ja. Jawoll, weg mit dir. Ich hole mal kurz was zu knuspern, aber ich müde mich dann so lange, okay? Jujjo. Oh ja, du. Oh, laura. Shit. X, Paa, sind für X. Kann's bestimmt mitspielen. Wä? Der hat gefragt, ob er bei Chivalry mitspielen kann. Ja, klar. Oh. Was war das denn? Was war das denn bitte? Da kommt einfach mal ein Pfeil aus dem Nichts. Ah, so. Ui. Ui. Ich bin so blöd. Ach, egal. So. Das hier war mein Knuspern, wollt ihr nicht hören, oder? Äh. Knusper, Knusper, Knäuschen. Weißt ja, hier ist alles erlaubt mittlerweile. Ich stelle mich da nicht mehr an so Kleinigkeiten. Wenn ihr so Körpergeräusche von euch gibt. Hm. Voran und Diener halten, eins, eins. Klecke Brot ohne alles, ey. Schönen Senf geht das schon. Geil, ne? So richtig geil. Was doch. Na gut. Jawoll. Sehr gut. Was? Das ist ein klektisches Brot, äh. Gary. Ein Mopsi, der ein Mopsi trägt. Ja, das ist super. Wenn du die Peitsche schwingst, dann leckt er mit der Zunge. Das ist total super. Aber das geht ganz einfach. Ihr müsst euch einfach Spelunky-Tool, nennt sich das, runterladen. Dann könnt ihr diese Texturdateien entpacken. Und könnt dann zum Beispiel selber die Modelle bearbeiten. Da braucht ihr halt nur ein Paint-Programm oder, ja. irgendwas, was halt PNGs bearbeiten kann. Paint reicht. Ja, Paint. Geht wirklich mit Paint. Man kann auch einfach dann die Charaktere umbenennen. Kann zum Beispiel dann, ähm, den Mopsi-Charakter kann man jetzt zum Beispiel dann, ähm, als Indiana Jones spielen. Kannst du Mopsi-Mopsi retten lassen, oder? Beziehungsweise... Kannst du auch ein Strichmännchen machen, oder einen riesengroßen laufenden Penis. Irgendwas kannst du dir ausdenken. Voll witzig. Kannst du auch mal einen riesigen laufenden Penis machen. Voll witzig. Oh Gott. Kannst du alles machen. Oh, das ist ja wahrscheinlich. Oh, wie drecklich. Hm. Ich find's lustig. Was soll ich machen? Das Schöne ist, man lernt ja auch immer Tricks dazu. Warte mal, wenn ich irgendwas hier finde, dann zeig ich euch mal was. Ach nee, geht nicht. Weil man kann zum Beispiel auch... Warte, ich versuch's mal. Ist ja eh gleich... 20 Uhr. Man kann zum Beispiel die Pfeilfallen peitschen. Boah. Oh, jawoll. Und Gary hat ihn wohl getimeoutet, weil er 50.000 Ausrufezeichen geblinkt hat. Warum macht man sowas? Ich muss mir den Chat irgendwie mal angewöhnen, so nebenbei mitzulesen. Aber das ist echt schwer, Leute. Das ist nochmal ne Schippe drauf. Zu let's playen und kommentieren, zu let's playen hier und lesen gleichzeitig. Mhm. Toll, ich hab keine Seile mehr. Was mach ich denn jetzt? Warte mal schon jetzt, Lona. Boah. Eierhals, Lona. Oh shit. Nein, nein. Ist gar nicht gut. Kannst du Eierhalsen? Oh, ich bin so blöd. Schau. Ja, Halsken. Ist das immer noch so langsam mehr streamen oder geht's? Nö, jetzt geht's gerade. Ja, dankeschön. Und zwei Probleme gibt's. Einfach mal aktualisieren. Neuladen, genau. Oder einfach mal rechtsklick. Ja. Fliegelfest da reinmachen und Qualität auf niedrig stellen. Okay, ich bin Etero. So auch helfen. 119.000 in der Mine. Gar nicht mal so übel. Was hat sich denn jetzt geändert bei Qualität auf niedrig? Das sieht gar nicht anders aus. Ach doch, ist ein bisschen weicher. Oh. Ich weiß es nicht. 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 Ach Nuss. Der Luna ist immer am Essen. Wenn der Gegner nur noch zwei AP hat. Aber zwischendurch ist schon okay. Ich bin die kleine Raupe nimmer satt. Naja, hat er, äh. Okay. Jo, haste Kinoch. Okay. Du, du, du. Jetzt meldet sich Dave. So, liebe Leute. Ich würd sagen, ich starte mal. Ja, meine Runde ist auch gleich zu Ende. Dave hat den Kinoch. Soll ich dir grad sagen. Ja, ich hab ihn grad angeschrieben und gesagt. Das ist gut. Also ich weiß auch nicht. Ich hab in letzter Zeit wieder so ein bisschen Internetproblems. Du sollst bitte One Late Night spielen. Was, One Late Night? Hast du es nicht schon gespielt? Hab ich doch. Nein. Hast du nicht? Nein, Hala nicht. Hala nicht. Hala nicht. Ich bin schon ein Schmetterling, Maddi. Ich bin ein Zerschmetterling. Lala. Zerschmettert. Zerschmetterling. 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 Chivalry. Zerschmetterling. Ich warte. Spielst du noch, Vex oder? Äh, zwei Lebenspunkte. Ich bin gleich fertig. Ja, dann mach ich nochmal kurz Training. Es stimmt ja niemanden, dass ich dich erfahre. Nee, Final Fantasy nicht. Das ist nicht so meins. Ich stell nicht so auf diese Asia-Rollenspiele. Wie viele FPS spimmst du aktuell? FPS 30. Weiß ich, was reicht. Kommt, 25 wird das drin. Weiß ich, was reicht. Weiß ich, wie man. So, GG und, goodbye. Bye bye, 40. Jäger. Sehr gut. Irgendwie ist die Schrift hier abgehackt, wenn ich das auf 725p stelle. Allgemein, was ist denn da bei dir los, Puga? Ah, die Streifen, da siehst du, ähm, die Grünen, siehst du hier, das macht nur 70% glaube ich, und die Roten machen 100%. Ist das immer so? Jaja, du siehst. Guck, wenn ich zum Beispiel jetzt hier zuschlage, dann siehst du, in dem Roten macht es 100% Schaden und alles, was dann grün wird oder so. Das würde mich ja voll nerven beim Zocken. Nee, das ist ja jetzt nur das Tutorial. Du siehst halt, du kannst halt schon mal die Schläge üben. Ich dachte mir das ganze Spiel über. Das ist das, was ich meinte, guck mal. Der Pirat, der sieht aus wie Jack Sparrow so ein bisschen. Und der läuft auch genauso, das ist total lustig. Na gut, das ist ja so. Du wirst respawnen als Blue Pirate, okay. Du wirst die Pirates frei. 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 Das Spiel nennt sich Chivalry Medieval Warfare, beziehungsweise Deadliest Warrior. Das Addon natürlich. Also beide zusammen gibt es für 30€ auf Steam. Wenn ihr euch einzeln das erste kauft, kostet es glaube ich 25€. Ist schon echt ordentlich. Das ist mal ein richtiges Addon. Fünf neue Klassen, Maps, Spielmodi. Da kann sich mal so manche Spielereihe oder so manches Entwicklerstudio in Scheibe von abschneiden. Auf jeden Fall. Das ist alles für 10€. Dann noch halt Medieval verschonnen. Wer macht hier Werbung? Hier Blackfighter für Keeser und Einklang. Jana, Janas World. Unter welchem Video war das denn? Was hab ich denn da geschrieben? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Aber ja, ich guck die Space Frogs. Ich find die ganz witzig. Und ganz sympathisch. Bruder stinkt nach Kochsalz. Stinkt Kochsalz. Wer stinkt nach Kochsalz? Bruder, angeblich. Bruder, du riechst voll nach Kochsalz, weißt du? Das ist Blackfighter. Das ist Blackfighter. Das macht er Werbung für andere Let's Player. Ich glaube da begibt sich jemand auf Glatteis. Ja. Ja, würde ich nicht machen. Auf Glatteis. Was bist du denn? Bist du schon auf dem Server? Oder? Nö, nö, ich bin auch Training hier. Ich warte hier auf dich. Ja, ich bin jetzt im Spielen. Okay. Ich bin ja nicht egal, was wir spielen. Was würdest du gerne spielen? Ich frag mich, wie man mitspielen kann. Achso. Man kann nicht mitspielen. Du kannst mitspielen, sobald du... Ja. Irgendwie nachjoinst. Äh, wie kriegst du das? Spiehst du schon oder machst du ein Tutorial? Ich mach noch Tutorial. So, jetzt bin ich raus. Ist es lauter das Spiel oder ist es... genau richtig jetzt auch mit den anderen hier. Luna hat schon Containment Breach. Ne, hat er nicht. Wollt er nicht. Will ich auch nicht. Marichin, wer bist du? Hm? Ne, Gina hast du nichts verpasst. Genau, ja. Mein Lieblings-Youtuberin, Mrs. Vlog. Musst. So, was nehmen wir dann, Vex? Ähm... Sag mal ein Server. Scheiße, aber lauter als der Rest heißt es. Bitte? Wir können... Der F-Mits spielt aber auch Freifall. Ich glaub wir sollten Freifall spielen. Wer ist lauter, Luna? Woher weißt du, dass ich Mrs. Vlog so gerne gucke? Hallo. Hust, hust. Hallo, hallo. Und das Server hieß, äh... Stop it guys, I'm... Serial, oder sowas. Ist dann Freifall ist selber. Wie? Äh... Stop it guys, I'm Serial. Ich glaub ich hab ihn, ja. Ah, nein, jetzt... Hör auf zu refreshen. Mh... Ob wir heute noch Contagion spielen, wird gefragt. Nee. Heute spielen wir nur das hier. Gehen wir da rein. Was ist das? Äh... Stop it guys, I'm super Serial. Ah... Bist du die Person, die mich dann auch später per PN drauf angeschrieben hat? Marichin, kann das sein? Gehen wir da rein? Ich bin im Server. Stop it guys, I'm super Serial. Ja. Okay. Oh verdammt. Na... Wenn Piraten ziehen, könntest du halt irgendwie doch nicht... Was nimmst du Pirat? Nee, ich spiel Samurai. Dann nehm ich auch Samurai. Achso. Sam weiß ich ja Bescheid. Oh, das ist ja Free For All. Ja moin. Ja. Wikinger, nimm Wikinger, man. True Norwegian Viking, Digga. Ich spiel auch noch ein paar Performance-Probleme, wenn man es normal spielt. Ich musste... Ich starte das immer über einen Konsolenbefehl. Weil irgendwie nicht... Es werden nicht von Anfang an alle Kerne verwendet. Ich hab's hier nur rumgebasht. Die ganze Zeit. Free For All will einmal. Aua! 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 Schrei die ganze Zeit, ich hab Angst vor dem. Schrei 떠 nicht an! Hau auf mich anzuschreien. Abgestochen hier. Ist doch cool, dass die Wikinger können mit ihren Waffen werfen. Mit allen Waffen. Alter, stirb jetzt! Nein! Ich geh nur drauf. Das ist so herrlich. Bei mir noch fand ich halt ganz gut. Ich geh nur aufs Mett, aber das ist das erste Mal, dass ich gerade spiele. Aber die Waffen war ja extrem cool. Ich hab ja gerade so mit einem Kampfschock rumlaufen sehen. Und eine Kampfschock? Ich hab jetzt einfach mal einen mit Stromball. Ich weiß, es ist feige, aber sonst krieg ich ja nie einen Killzustand. Boah, sag mal! Okay, ich bin gerade extrem gut irgendwie. Ich hab noch keinen einzigen Kill gemacht, ne? Ich hab acht Kills gemacht. Du hast mich wahrscheinlich auch schon getötet, oder? Du Sack. Kann sein, kann sein. Alter! Da trifft mich schon wieder einer. Ja, du Sau. Ah ja, genau. Mit dem Rest kannst du den Angriff abwärmen. Oh, komm! Ah, verdammt! Leute, ich geh nur auf die Schnauze. Hier sehe ich letztens wirklich extrem stark. Ein dreckiger. Richtig. Gleich kommt Cryo 4. Oh Gott. Ich hab noch zwei Minuten angeblich. Alter, hau mich doch nicht. Hau den, der in den Karte gehauen hat. Na komm, Jack Sparrow. Hau ab, du Penner. Hau ab. Leute, ich will nicht sterben. Ja, hau den. Ich glaub... A Samurai, even while hungry, in his toothpaste! Nein, ich will den toll. Oh, ich krieg hier nur... Das ist überhaupt doofer. Wenn man streamt, dann geht es richtig böse auf den Prozessor. Ich merke die richtigen Slowdowns gerade. Oh, du Arsch! Free4All ist scheiße weg! Ja! Ich will im Team spielen. Von allen Seiten kommen sie, wenn ich grad ne Attacke vorbereite. Äh... Mit dem nächsten WoW add-on weiß ich nicht, ob ich da spielen werde. Was? So was spielst du, Luna? Ja. Was hat das auch ab, du Penner? Ich komm mir nicht dazu. Ähm... Wie noch der Spieler heißt? Ich bin irgendwie Deadliest Warrior. Der Name des Spiels steht verdammt nochmal oben links. Brugger spielt und dann Name des Spiels. Bei mir steht Spilanki. Ja, die waren voll die Teams-Hill. Bei mir steht Brugger Spilanki. Warte mal, ganz kurz. Ja, ja, ich stell's mal um. Deadliest Warrior. Tivori... Deadliest... Also bei mir steht wirklich Spilanki. Das ist das Problem. Ja, ma. Ich stell's gerade um, Leute. Mach doch mal. Oh, der schießt einer und ich kriegt Jörg mal hier. Jörg mal hier. Jörg mal hier zu Piraten mit ihren... Schasswaffen. Wenn man kriegt, dann kann man übrigens Leben regenerieren, ja. Wenn man sich tippt, einfach, ja. Und man kriegt von Zerz Stabson, einfach mal einen Pfeil in den Hals. Eierhals. Äh... Das war mal einer! Du Arsch! Wahrscheinlich das nächste WoW-Wer dann vielleicht nicht geschehen werde, weiß ich noch nicht genau. Und ich, äh... Vielleicht Feuer, äh... Wenn's Feuer rauskommt. Der lag für mich, ne? Was? Was ist hier los? Ich hab auch da lag. Passiert du jetzt auch nur, ähm... Nen Squad hier? Alter, lass mir doch mal meine Kills hier! Das gibt's zwei andere, die kämpfen können. Ha? Es gibt auch noch nen, äh... Team Squad-Modus. Also von wegen... Raus aus dem Server, oder? Okay. Ich will nicht die ganze Zeit... Ah! Ha! 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 Ich hab ihn nicht! Ja, ich hab nen Kill gemacht! Ha! Ha! Dein erster Kill! Ha! Ihr Penner-Säcke! Ha! Ha! Nein! Mach ich nicht! Geh weg! Das ist nicht krass, äh... auch Treffen in dem ganzen Bereich. Das ist auch extrem blutig. Warum geht ihr alle auf mich? Also ich meine, das ist 3 for all, aber nicht alle gegen Kruger, oder? Ha! 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 Boah! Wie das Platz schon! Ha! 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 Alter Verwalter! Ha! Ha! Ja Leute, wenns bei einzelnen lag, dann tut's mir leid. Ich kann's nicht ändern, dann liegt das an euch. Nicht an mir. Das hatten wir schon oft das Thema. Das tut mir sehr leid. Aber dieses Problem zu beheben ist nicht... ...in meiner Möglichkeit. Äh... Cockstar, sehr cooler Name übrigens. Ha! Äh... Spilanka wurde schon gespielt. Moment. Ja. Alter, wie lange die noch rumröcheln, ne? Wex bist du schon raus? Äh... Ich bin grad wieder drauf gegangen, weil du nicht raus bist. Ja gut, dann geh ich raus. Okay. Was? Hiero Public Server. Hä? Hiero Public Server. Ja, der ist aber fast leer, ne? Also fast voll. Ja... Die Reste sind ja alle voll. Ja gut, ich geh drauf. Okay. Okay. Ja genau, F5 drücken, Leute. F5 einfach neu laden und Qualität auf Low stellen und dann müsste es laufen. Sieht ja schick aus. Was nimmst du? Ähm... Ich bin noch gar nicht drin, aber ich nehm... Vikings, komm lass Vikings. Ninja. Okay, okay. Nein, ich bin doch keine Singleplayer-Games. Hä? Jetzt drum. Was hast du gesagt? Wiking... Was? Warum bin ich Spectator? Oh, das ist jetzt Multteam, okay? Wiking, genau. Wiking, genau. Die mit den Fallen sind unsere, ne? Ja. Ich musste die Grafik ein bisschen runterstellen. Normalerweise sieht das hier alles viel hübscher aus, aber... Ja. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich kann es auch echt nicht besser machen, ne? Weil dann ist die Performance im Street total bescheuert. Da oben kämpft der Ninja, ey. Na, warte. Naja, du Sau. Boah. Die werden sieht richtig cool aus. Ja, sieht schön aus. Oh! Asiatisch angehaucht! Die sind so zweit hier auf mich, die Penner. Geh weg! Alter Schwede. Ja, hat mir ein Schädel ab! Was gibt's denn so für, äh... Ich sag mal, Belohnungen für Kills und den ganzen Quatsch? Sag ich mal, gibt's da irgendwie Level auch? Oder neue Waffen? Oder neue Rüstungen? Kann man noch was modifizieren? Du kannst, äh... Warte mal, ich zeig's mal kurz. Also, ich glaub, je mehr Kills. Du kannst hier neue Waffen frei spielen. Ja. Und, äh... Ja. Also, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich hab's mir, wie gesagt, jetzt erst gekauft, aber... So funktioniert das wohl. Nein! Verdammt! Das war knapp. Ach, net, cool. Von Wikinger mit Steif-Exten. Kann man auch das Aussehen ändern irgendwie? Oder sind die alle gleich? Ich glaub nicht. Weiß nicht. Ich brauch mein Schild wieder. Geh weg! Andere Skinder ist nicht. Aber genau, wenn man auf Zeh drückkommt und den Kampfschrei ablassen will. Ja. Ja, aber das ist wirklich nix. Dann bleibst du nämlich immer stehen und kannst nicht angreifen während der Test. Ja, ne, das kannst du während des Rennens machen. Jeden Tag Seven DS3 leider noch nicht. Ne, die später vielleicht mal irgendwann. Aber aktuell geht das noch nicht, ne. Ja, warte. Guck mal, ich seh weg. Jawoll! Du bist in meiner Friends-List. Boah, endlich sind zwei Ninjas, die da oben auf dem Dach kämen. Die sind richtig kreuzig, ne, die Penner. Cockstar, wir wünschen dir nochmal alles Gute nachträglich. Verdammt! Danke. Oh, Junge Kid! Oh Gott! Blei! Blei! Kältsch die! Ne, ne, ne! Verdammt! Verdammt! Der letzte Rente da rum, die Sau. Die hol ich mir jetzt, den blöden Ninja. Naja. Laufemuli, da hat grad einen Arm verloren. Sehr gut. Das ist relativ brutal, das Spiel. Das ist richtig brutal. Ah, das ist ein Spatado. Oh, richtig was war's. Richtig was war's. Kommt nochmal, komm, brau ihn den Arm ab. Ha, wieder die Schild, voll die Fresse aus. Alter, du Schmeinebär, du Schweinebär. Der Robin, da tötet er mich. Ey, ich hab mir leider einen Delay noch wegen dem Bild, aber immer super. Das macht schon Schaden, aber es ist nicht so schade, wie man denken könnte. Wie blutig das ist, ey. Oh, da oben ist ein Pirat. Gut, gleich ist da oben kein Pirat. Guck mal, die Schweine, die haben, die mit ihren Schusswaffen, ne. Tja, das bin ich aber auch nicht mehr. Oh, verdammt. Alter, Schweinebär, das ruckelt gerade bei mir. Jetzt kommen die anderen Piraten. Hast du schon gestillt, aber bei mir steht immer noch Spielunkey. Was? Ne, ihr habt doch umgesetzt. Oh. Eignatig. Ich wurde gerade aus dem Team rausgeworfen, bin jetzt ein Ninja. Och, nö. Ich kann ja mal F5 drücken, mach ich mal eben. Ich hab schon aktualisiert, das müsste eigentlich... Jetzt steht Chivalry Deadliest Warrior, genau. Man muss einfach nochmal aktualisieren, dann ist der Stream auch vielleicht wieder ein bisschen... Ah, du Penner. Ne, das Spiel ist nicht kostenlos. Das... Das kostet das gesamte mit, ey, du hast gesagt? Das gesamte kostet 30 Euro. Boah, ne, ist mir zu viel. Das hätte ich vielleicht auch mal ja gesagt, aber ich koste für 18. Das hätte ich mir vielleicht geholt, aber nicht für 30. Wenn es flüssiger wäre, dann wäre das auch richtig sinnvoll hier gerade. Oh, 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 oh. Oh, hey, dasography. Auch gut, der Kampfschreide Ninja ist einfach nur so ein... Sehrwerend. Schhh mengi, derne, man. Schhh... Machen wir noch mal, ich will das auch mal hören. ...das ist ja eben... ...eine Lehre Previously... Oh Gott! Verdammt! Bist du weg, Vormen, ich hole dich. Ich bin schon tot. Ein Wiki hat einfach... ...ist echt ne copy ne Chance, wenn man... ...sache das richtig sch́ul ist. Alter Alter, ich bin genau im Full-Camp Kannst noch mal kommen? Ich will die Tipps nicht sehen! Mach die Tipps weg! Ja, dankeschön! Danke fürs Nachträglichen! Oh, meine Güte! Zum, 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 zum Ich muss mal schreien! Ich bin gerade gegen 3! Oh, guck mal der Kopf! Ich hab den Kopf abgeschlagen! Aber ich möchte das abbauen, das ist nicht so gut! Man kann dir den Kopf runterschlagen und die Schill und die Arme und Beine, das ist so brutal! Krass! Jawoll! Ein Spartaner weniger! Ne, du Sau! Oh! Oh, nein! Also was ist das, was ich so schnell rennen kann? Ja, die sind richtig schnell, aber die haben keine Rüstung, ne? Ja, das, oh verdammt! Oh, verdammt! Oh! Au! Was? Ja, gut! Piratenschwein! Das ist halt im Rett von einem Wikinger weg, der sowieso mit Baffen werfen kann! Warum heil ich nicht? Ach jetzt! Wenn man sich duckt, heilt man übrigens, ne? Ja! Sch! Alles beim Team einfach die ganze Zeit! Sch! 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 Bluuuuuuu! Das ist so gut hier! Ne, wir haben es halt echt nicht recht! Vor allem den DT eingeschlagen! Ja! Scheiß Pirat hier mit deiner blöden Machhäde oder was du sagst! Hör auf! Ich hab jetzt einfach irgendwo von dem Land schleichen! In der größten Zeit! Krass! Ich hab den getroffen! Ja! Ja! Hör! Du bist in meinem Team, du Schwein! Hör auf mich! Diese Piraten! Oh! Ja, die Spartaner gewinnen! Ach ne, wir sind ja Wikinger! Scheiße! Spartans Victory! Verdammt! Ist das aber nur ein reines Deathmatch oder Team-Deathmatch auch? Oder gibt's da auch noch irgendwelche Missionen oder sowas? Es gibt da noch Duelle, kannst du machen? Also es gibt wahrscheinlich auch noch Conquest oder so, also ich glaube in Chivalry gibt's das alles! Ja, da gibt's... Es gibt frei für alle, da gibt's nen Duell-Modus, also One-on-One, Team-Deathmatch, Capture-the-Flag, dann gibt's da so'n Modus bei dem du nen Wagen, also so'n Missions-Modus halt! Aua, behaupt mich da! Da gibt's einfach mega viele! Da gibt's in War of the Roses, weiß ich zum Beispiel, gibt's auch glaube ich so nen Belagerungs-Modus, wo du irgendwie dann so ne Burg einnehmen musst, glaube ich, oder irgendwie so'n Scheiß! Das hätt ich mir auch noch gewünscht bei dem Spiel! Ja, aber Chivalry gibt's das Prime Medieval, glaube ich, oder Wix? Ja! Da geht man hin, komm! Wo geht man hin? So, ähm... Ansonsten bleib ich Weckinger! Ah ne, geht ja gar nicht! Samurais gehen! Samurai! Ja komm, dann geht man! Samurai! Hab ich denn hier alles... Oh, es gibt doch nur Bogenschüsse oder wie! Secondary? Jawoll! Katana, Katana! Ist ja egal! Jetzt hab ich... Jetzt hab ich... Achso! Ja gut! Ich hab gerade als Primär- und Sekundärgen genau eine gleiche Waffe ausgesucht! Achso cool! Drück mal C! Du weißt doch noch! Hier war abkreis, das ist doch gut! Oh, hier! Ganz genau! Lauf mit dem Rücken zu mir! Sehr gut! Die... 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 Wie die Hasen, du! Hat nichts gebracht! Nein! Geh weg von mir! Aua! Aua, du Penner! Aua, geht weg! Haut euch gegenseitig alle tot! Haut aber nicht mich! Haut euch gegenseitig! Ich renne mal ein bisschen weg! Wie der Hase! Hier! Geh weg von mir! Die kommen jetzt alle nach! Oh! Moinsa! Moinsa! Heil, 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 heil! Oh, man merkt schon, die Umgangssprache hier ist sehr nett! Die Leute sind sehr nett! Shut the fuck up, noob! Shut the fuck up, noob! Die hauen sich gegenseitig! Was machen die denn da? Ne, die hauen nen Ninja! Und ich haue halt mal daneben! Ja, ich hab ihn gekillt! Nice! Nice! Mit dem Bogen! Wir sind first place! Vielleicht versuche ich noch mal den Kippen, äh, den Kippen mit dem Bogen zu machen! Guck mal! Guck mal wie ich ihn getötet hab! Leute seht ihr's im Stream? Hahaha! Ja, mit nem alten Witz hab ich ihn getötet! Mit dem Bogen ist das halt echt irgendwie schwierig! Das ist einfach so ein Mighty Ninja bei Trennager, der Arrow! Oder so die! Ja, komm, das ist ja kein Sinn! Waaap! Oh, weg, ich seh! Genau, du bist vor mir! Aua! Mach mich nicht, du scheiß Wikinger! Hahaha! Geh weg! Oh, verdammt! Nein! Benni Saval hat mich! Boah! Jawoll! Ah, verdammt! Cap, wie ist jetzt meine Sprachqualität? Ist die besser? Geht ja! So, für den Stream ist natürlich, äh, nicht sehen, wenn ich jetzt mal auf FIFA Cry of Chip veröffentlicht endlich! Dein letzter Part! Dann kann ich morgen mit was anderem an! Bleib stehen, du da! Get fucked! Ja! Bleib stehen, du schweine Bär! Oh, verdammt! Ich hab nämlich leider vergessen Chaos Islands hochzuladen, ist jetzt online! Boah! Sehr gut! Was? Das hat mich da getroffen, warum verliere ich meine ganze Lebensenergie? Gut! Alter, zweich! Das Schwede, was fand ich denn? Oh, jetzt bin ich mit einem anderen Team, jetzt bin ich... Och, nö! Äh, äh, was bin ich denn? Oh, so ein Schweinebär, der trifft mich und ich verliere meine ganze... Ja, Spartaner! Ja, Spartaner! Diese Ritter mit ihrer helle Bade, die sind richtig übel, ne? Ich würd, Spartaner ist ja fast das leichteste, weil du so ein riesiges Schild hast. Jaaa, aber das musst du ja erstmal beherrschen, ne? Bis seitdem der Bruder hat das noch nicht. Ist gar nicht so einfach. Boah, hau mit deiner scheiß Armbrust! Geh weg! Die Ritter, ne? Guck mal! Jawohl! Die sind raffiniert! Die sind so richtig raffiniert, die Säcke! Die nehmen die Kohle an! Hau ab! Oh! 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 Ich bin jetzt wirklich da! Tut mir leid, ich war gerade ein bisschen abwesend und jetzt ist mit Maddy zu rechnen! Luna auch gleich, der muss doch gerade seinen Cry of Fear hochladen! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Alter! Wir sind nur in einem Team, warum haust du mich? Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Was soll ich denn wieder treffen? Hau ab! Cheater! Cheater! Da komm spartaler Kollege! Nein nicht! Ohh! Hier! Nein! Hau ab! Ich hab ihn getroffen! Oh mein, möchtest du geradeuggle? Wow! Ja! Ja! Ich muss das ein bisschen leiser machen! Oh ja! Ich hab das gerade schon auf drei Prozent getragt aber es ist immer noch so arschlaut! Ja, ich hab relativ fleißig zu stellen jetzt habe ich es auf zwei prozent Geh weg Kumpel Geh weg Ah, das passiert Ja komm Ähm, der epische Kerl, ich glaube heute wird nur Chivalry gespielt, voll geil und X-Lucky Nein Auf Einzelchicksale wird heute keine Rücksicht genommen Ich bin so schlecht, Leute, ich bin so schlecht Dieser Leonidas da, das Spiel sieht richtig geil aus, ich will das auch mal haben Ja, mein Problem ist halt, dass es ruckelt Also bei mir ruckelt es, ich hab ganz schlechte Frames, deswegen bin ich auch immer so bei Contagion so schlecht Ähm, Bruder, ganz ehrlich, ich mach Frosta Quanta, aber die sind 4 Äh, 30 Euro Ja, siehste mal Mit Addons und so weiter Oh, verdammt Medieval Warfare 20, glaube ich, 25 und das kostet nochmal 10 Aber im Paket kriegst du es halt billiger Es geht ja Ja, das ist Kannst du auch einfach über M.U.GA kaufen, da kostet es noch weniger Ja, oder über Planet Key Ja, die, da ist ja M.U.GA ganz vorne Alter Schild, haut den nochmal weg, den blöden Ritter hier, der ist genau Na komm Es ist Project Management, das muss ich sterben Du auch, jawohl, du meinst Ja, da ist der Piki, da ist der blöde Ritter hier Was ist der blöde Ritter hier? Genau so Ja, ich hab immer geschlagen Ja, ich hab mich gekillt Aua, du blöder Spartaner Geh weg Da stellt der Sensei in den Kleiderschrank und springt auf den Rasenmäher und dann gehts los Nein, zu viele Spartaner, zu viele Ninjas Das ist ja richtig Der Name ist ja mal sehr erwachsen Da geht grad ein richtiges Geflame im Channel ab Was ist denn los? Immer Also nicht, nicht im, äh Achso Was? Was? Was war? Okay Ich hab dich auch noch ein paar, äh Also, no you the bro Spartaners können Rauchgranaten werfen Och man, das Spiel ist doch ab 18, Leute, mal ganz ehrlich Ich kapier nicht, warum man sich wegen so'n Spiel immer so aufregen muss Es redet auch keiner Französisch da, also das ist auch immer gut Ist doch alles gut Ooooooh, hihihi Fremskranger hier Nein, drei Ninjas gegen einen Samurai Das sind so Drecksergebnisse Das sind so Drecksergebnisse Das war Chivalry-Style Warte mal, es tut mir leid, ich muss mal ganz kurz Das geht so nicht Ähm, ich stell mir Ambient Occlusion aus Texture Quality, ne, Particle Quality mache ich mal auf Medium Weil es ist so am Abframen bei mir So richtig cremig ist es Ach nein, 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 nein Richtig Framing, Richtig Framing, Framing, das geht nicht, ich kann es nicht spielen. Ich versuch knuspern bis gleich. Schon wieder. Ich selber. Viel Sturm nicht. Wenn ich da jetzt einen getroffen, hätte ich halt die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Oh, ich habe einen getroffen. Halben Kilometer Entfernung. Oh, hier wollte ich jetzt sogar einen Schritt schießen, den Penner. Die Ninjas sind so gut im Ausweichen hier. Ja, mit V kann man angeblich dodgen, aber ich habe es noch nicht hingekriegt. Das ist feige, ne? Mit einem Stein nimm den Stein, zieht er mir die Hälfte ab. Dodgen ist schon ziemlich feige. Ich muss nicht verpart, als könnte mit F einen dieses Sparta-Kick machen. Was? Du bist auch so ein Sparta-Kick. Das ist cool. Wie die sich beleidigen, ne? Das ist Sparta. Ja, jetzt, komm her. Jawoll. Nein. Na, verdammt. Die makedonische Powerfront. Oh. Boah, ich dachte gerade. Sparta. Ich treffe die andere Haut, aber die sterben nicht. Ihr Penner. Oh, geh weg. Scheiße München. Oh. Oh. Nein. Ich habe Kill Assist. Yes. Moin, Rehvi. Und nein, ich spiele gerade nicht mehr. Ich spiele aber an. Oh. Ja, ich habe hier gemerkt, weißt du? Ja, ich habe hier gemerkt, weißt du? Du bist doch Gastkommentare. Vivi Muffet. Ja, Luna und ich sitzen wie immer in Badehose auf Brugas Couch und gucken uns das an. Doch. Kennt ihr? Das ist nicht im Infovideo, dass es hier bis 22 Uhr geht. Oh, Infovideo. Hui. Jawoll. Hier die Ninjas. Die dreckigen Ninjas mit ihren Ninjas-Sternen. Die können die aufsmeißen ohne Wappen zu wechseln. Oh, die sind gerade ganz hinten, ey. Ich wusste hier mal was für Sparta machen. Oh, der hat dem den Kopf ab. Ich wollte ihm gerade einen Pfeil in die Rippen schießen. Jawoll. Nurmals. Käpt'n Schnürstuhl. Hau ab, Scheiß Ninja. Hau ab. Au. Pack mir nicht ins Kreuz. Oh. Oh. Käpt'n Penny. Penny's World. Genau. Nein, keine Gänke. Aufhören. Ich bin weg. Ich bin weg. Aus. So viel dazu. Niemals. Du hast ja eigentlich einen toten Kopf. Wechs. Ist das ja gerade gut gebrauchen oder ist das mein Todesfeind? Komm du. Du musst leben. So sieht's aus. Die mit ihrem Schild, ne. Die halten einfach das Schild vor und alles ist gut. Die sind feige sind die. Der ist wie an Silvester einbringen. Der hat mich mit einem Speerstoß getötet, Maddy. Mit einem Speer. Doch. Das ist... Also ich schreibe jetzt sofort... Was hat der denn da an? Ein Kleid oder Feister? Das können wir so nicht lassen. Das geht nicht. Da bist. Hatte der jetzt gerade einen Rock an? Ja. Haben sie. Zehn Minuten haben wir Zeit und... Voll schmulen. Oh, die Ritter haben gewonnen. Jetzt gibt's noch Faustkampf hier. Nein. Vulvarus. Äh... Leckens. Warte ich. Was? Vulvarus? Versuch das mal im anderen Browser zu öffnen. Das hat bei mir auch funktioniert. Das hab ich auch zu sehen einmal zu bautet. Ich nehm jetzt den Spartan. Ah. Das sieht jetzt gut aus. Ah. Ich bin hier im eigenen Blutgurgeln. Das ist so geil. 10 Krills, 13 Deaths und 3 Assists. Oh. Ja, Serena. Das find ich nett von dir. Bei den nächsten Minecraft Adventure Scheiße kommt. Da muss ich mal gucken. Wenn ich hab... Diese Drins leckt, dann tut mir das leid. Ich kann's leider nicht beeinflussen. Kann nix machen. Dann wird's jetzt nur so... Womp-womp-womp-womp-womp. Woll kann. Ich möchte jetzt gern mal Spartaner weil die sind so ober pro mit ihrem blöden Speer, ne? Ich will jetzt mal, äh... Ninja spielen. Ninja! Ninja! Ich nehme die Pirates. Wie ist zumal? Ich muss ja auf die Rad, da gibt ja gar keine Spartaner. Wie konnten wir eben Spartaner spielen? Ja, ist vielleicht auch map-bedingt. Der kann's einfach. Nimm die Vikings, Brugger! Vikings! Nee, ich hab jetzt privat. Ich nehm Jack Sparrow. Das sind auch so richtig so die Pop-Culturen. Guck, wie der rennt. Guck, wie die rennt. Guck dir das mal an. Wie Jack Sparrow halt so. Die ca. Ich weiß es immer schon, ich hättet die south Schlese von den Ninjas. Hier Schweinebären. Hauptsache, du nindermis. Ja, hol! Sie sind so. Hier, du Lieber 1996, wir wollen auch keine Erbsen zielen jetzt hier, ne? Die Ninjas sind so verdammt schnell, glaubst du es nicht. Ja, ne. Hab ich auch damit Schuriken beworfen. Was ist DO2, ist das Black O2 2 oder was? Nein, ist kein Black O2. Na, komm! der war genau getroffen der VVV-Klan Luna fast viel kräftiger dann seid ihr hier in der Kanone dran ja ja du kannst hier es gibt eine Kanone glaube ich, du kannst zünden und dann machst du den Schaden nehmen auch ich verstehe das mit der Pistole nicht, ich treffe nichts okay das ist hier auf der Blader Ninja auch, defekt, bist so ne Sau auf und ab, schossen, verdammt na komm ach der war innen Schädel Captain Schnürschuh, mach sie alle ne doch nicht, scheiße Captain Schnürschuh ist ein ultra geiler Name finde ich das ist so gut wie Zenfupen Zenfupen ist beste Name ah diese scheiß Ninjas ja, von hinten okay du schießt irgendwer mit der, oh, da ist ne Kanone das hast du schon mal gesagt, ja die steht da mitten irgendwo rum und da kannst du die zucken und die Leute die dein Weg sind die sterben wie mach ich das, mach ich das überhaupt als Ninja oh, da kann man einen Greifer oder kann ich das schießen die Piraten, die können noch leben aber ich meine, wenn man schon mal Angriffs hat ich hab ihn getroffen, aber der lebt noch warum oh, boh oh, nein, ich hab noch kill assist jawohl noch, killst du weg gut, nein die Teamkits sind gar nicht mehr so leicht die haben den Arm abgehakt ich brauch den noch bei Matti mit Warfare war es so einfach Teamkits zu machen Matti Evil Warfare das haben sie hier auch drin, aber das haben sie abgestellt Matti Evil der böse Matti Evil müssen wir mal ein bisschen Leben regenerieren das geht's wieder nicht guck mal, kann ich die zünden ich will die Kanone, zünden gilt nicht soll ich jetzt den Knaller zünden? sorry jetzt zünd den Knaller irre vorne sind sie, die Penner ich hol sie mir jetzt alle mit meiner Knifte hier die Penner ausse die hat er peng nein der mit seinem Bogen geh weg, 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 weg ich renne mal weg wie ein Mädchen wie Jack Sparrow oh Gott, oh Gott ein Kling muss er weg bis nicht feige ist strategischer Rückzug ja, ich hab ihn getroffen man muss ein bisschen vorhalten mit der Knifte merke ich gerade alter ja ich kann nicht mal das Schwert ziehen da haut der mich schon zweimal was stein los gerle was stein los ich hab bewusst denn ich hab da keinen äh schluss gerle schluss 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 ne das finde ich jetzt nicht gut dass ich dann so lange nicht agieren kann nachdem ich nun ja aber ich seh mich nicht schreib mal nicht so oh ich hab ein Killassist was? gleich Attacke vikings have taken the lead vikings have taken the lead vikings have taken the lead now 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 oh ich hab ihn getroffen? ich pack's gar nicht das Ding reicht ja schon sehr weit man muss halt nur extrem vorhalten komm schon komm schon oh Gott wir liegen gerade ziemlich ordentlich hinten jetzt hast du doch keinen töten hier das interessiert mir interessiert schon Punkte Punkte starten ist wahrscheinlich egal ich gebe dir nichts aus wenn mein Kollege in Ruhe wächst ne ist es gar nicht wächst das Käpt'n Schnürschuh die Stift ist abstand Frage an Metti würdest du dich als schlau bezeichnen? was? nein Frage an Metti würdest du dich als schlau bezeichnen? nein ich finde jeder der sich selber als schlau bezeichnet ist ein Vollidiot richtig man lernt immer dazu also ich fühl mich schlau ha 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 und alleine sich selber so zu nennen dass man irgendein Ziel nicht erreicht hat zeigt einfach nur dass man blöd ist also man denkt ja von sich ja ich bin total toll und ich bin jetzt der wirkliche Meister und so weiter jeder der das sagt der gehört für mich so ein bisschen nach vorne gebeugt und schlager nacken damit er mal wieder merkt was los ist also nein würde ich nicht nein wir spielen kein Terraria jau hau ri jatle di di ju haben wir noch nie gespielt ich schieße es einfach mal die Menge vielleicht treff ich an ja ich habe gerade eine frage an dich gelesen im chat luna Wann kommt League of Legends so näher Wo steht die im chat Das ist cool, man kann sogar sehen wo die Kugel einplitscht Du weißt ja was, haben wir gestern vereinbart So jetzt steht sie im chat Ähm, ja Aber ist geheim Au Du Penner Du Penner Ich lock der, aber mir haut mich tot Ich werde bei Rock'n'Dead wahrscheinlich ganz oft weinen Und könnt euch das dann alles anhören Da ist der, oh jetzt wollte ich ihn gerade schießen Dann geht's disconnected her Oh das ist richtig feige Ja so richtig feige, der war wahrscheinlich zu lange AFK Und dann ist er weg Au Wieso Scheiß Samurai Jawoll Nein 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 Verdammt Ist das der Wechsler? Ja? Eine Frage an dich, wie sieht eigentlich ein Parallelogramm aus? Wie ein gleichschränkiges Dreieck habe ich gehört Ja Von hinten Gleichschränkiges Dreieck, ja Hab ich gehört Habe ich gehört, man weiß es nicht aber noch umfüllt Sonst sagt man Wie der, wie die da ausgeflippt ist bei den Parallelogrammen Ja tu mir laut für denjenigen Das war überhaupt Das war überhaupt Das war überhaupt Man hätt's ja wenigstens googlen können Ja, das hab ich mir im Endeffekt dann auch gedacht Ja Ah diese Kugel So schwer einzuschätzen Ja ich hab'n Kill Assist Geil Für nix Sag mal die Wekiger können aber auch irgendwie immer noch zu 5 kommen Ja klar Au Die sollen ja auch noch Aaaaaaah Was haben wir raus? Schon wieder dieser Killer Gär du Arsch Geil mir mal bitte alle Alle fragen Luna wann kommt LOL Luna wann kommt LOL Luna wann kommt LOL Ach nice Wenn man Wenn man ein bisschen nach rechts wendet, wär das eigentlich ganz cool Wenn ich mal flüssig spielen könnte, wär ganz cool Haha Auch mal cool in der Toilette geht Oh Oh Tut mir leid weg Noch ein Jack Oh Weißte Bis man da mal zuhaut Fuck off Robin WTF you fack Wow Die sind so nett zueinander Es ist herrlich Bei der Community geht keine Zweite Warum wurde da denn jetzt gerade jemand deleted? Was ist da denn passiert? Oh Okay Oh meine Oh du Frösse Als Pirat wirst du voll am Arsch Gib uns zwei Samurais Ich kann wirklich ganz viel ernst nehmen, weil ich einfach viel zu kümeln und die ihren Fasselus werfen Oh komm Komm Killer, du bist so ein Schwein, ne? Wenn du jetzt nur guckst Nein, ich spiel keinen LOL, aber ich muss das halt wegen der verlorenen Wetter machen Oh Verschwinde Immer noch Hallo Das ist doch ein wichtiger, den kannst du ruhig erledigen Ich bin hier weg Ich mag Piraten nicht, die sind doof Das ist total sinnlos mit dem Colt Ich schieße die ganze Zeit aber wenn keiner spielt Ja, schmeißt das Schild nicht, jetzt hau ab Hau ab Ja, ich hab' gekillt Das ist fast schon Glückssache hier GZ Ah Der schmeißt mit seinem Scheiß Petsch ist das Muggler Der schmeißt mit seinem blöden Schild oder mit seiner Axt und ich will hier mal drei Viertel leben Wie die ganzen Ninjas am Dauer von der Kanone sind Ich hab' die ganze Zeit ein rotes Fadenkreuz, das ist voll irritierend als würde ich einen treffen Bye Bye Fabio Bye Mach es gut Ah, warte, 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 warte Ihr scheiß Ninjas Hau ab Ninja Ja, ich erwischt Der, Ninjas Ich hab's Ich hab's Ich probiere, dass ich nicht erwischt werde bei den Massengefechten hier Das sind Moinjas Das sind Moinjas FASCHIAAAAAAAAR Ansonsten ist alles gut, Kollege hier, ne? Di bardzo Viola Gerächter Ja ich muss Loila das spielen Ich hab mal nachincien Zufallsturnier gemacht und da hat Luna verloren und Einsatz war Entweder hätte Bruga Pokémon spielen müssen, aber Bruga hat gewonnen oder Luna jetzt LOL Ich konnte mir nicht deinen Charakter aussuchen, das war überhaupt Price Ich hab' die MÖ gewaltend Und dann kommt Luna immer mit seiner Fünschigen der Hauptwechung, er könnte sich nicht den Charakter aussuchen oder seht ja sowieso mir keinen anderen ausges zdrowen Natürlich, ey, die ist so scheiße gewesen die alte, die kontert auch nichts hab ich schon angesehen den scheißgrauen oder was ich gar nicht sagen hat. Zweier Kampf wirklich der Spannendste im ganzen Turnier war. Nee, da gab's Spannende. Wirklich mit ihrer dummen Ausweichrolle, die Ninjas. Ja, ich hab'n Kill-Assist. K.S. Doch, Mann. Geh immer dir auf den Sack mit deinen Ninja-Sternen durch. Geh mal kurz regenerieren. Mach'n schlecht bei mir. Okay. Okay, das ist okay. Ich muss schon mal schreien. Sag mal, Euda, warum ist das eigentlich wieder so kalt? Ist doch nicht kalt. Äh, Brugger hat null Abos. Ja, hat er auch. Ja. Ich dachte mittlerweile ist es mal durchgedrungen, dass ich's abgestellt habe. Jawoll. Töte den. Aber nicht bei jedem. Ach, komm schon. Jawoll. Nein. Er steht direkt vor mir und zerhackt mich wieder. Ja, moin. Diese dummen Ninjas mit ihren Shurikens. Die gehen mir gar mal voll auf den Sack mit. Ich krieg' gleich tot. Ich will nicht gleich tot sein. Nein, Brugger hat keine 20k Abos. Nein. Eigentlich hat Brugger nur 1k Abos. Ich hab' keine Abos. Eigentlich hat Brugger null Abos. Wollen wir mal den Teils auf ins Gesicht sehen hier. Ey, warum treff' ich da nicht mit dieser blöden Kniffte, wenn die genau vor mir stehen, Leute. Ich schnall's nicht. Ey, Mann. Pass doch. Ah, nee. Dieser dumme Killer. Vielleicht verzieht das Ding ja auch über die Entfernung. So weit konntest du ja mit so'n Scheiß nicht schießen. Doch. Das geht wirklich. Du kannst wirklich auf die Entfernung treffen. Ich hab's davor geschafft. Jeder angerannt kommt, ey. Die Musik immer so ist klasse. Die typische Piratmusik. Diese dummen Ninjas. Die gehen immer voll auf den Keks. Weißt du das? Die haben dumme Attack-Patterns. Oh, Vikings Victory. Vikings Victory. Ich bin hier weg. Ich bin hier weg. Vikings Victory. Wer hat gewonnen? Ja, ich hab' noch ein Kill Assist. Die Wikinger. Äh. Ich traf doch gar keine Wikinger hier. Oh, oh. Ich weiß es nicht. Das waren nur Ninjas und Piraten, oder? Die zweite sieht eigentlich echt cool aus. Ninjas vs Pirates vs Zombies. Ja, also wie so ein schlechter Track. Wo waren denn die Wikinger? Die hab' ich gar nicht gesehen. Ich weiß es nicht. Die haben die hinten verschanzt und haben einfach nur von hinten mit ihren Bärten geworfen, weißt du? Mit ihren Bärten geworfen, oder? Oh, wo bin ich denn? Wie heiß ich denn? Ihr war Bruga. Ja gut. Ja, 3, 17. Ich bin 17 Mal gestorben, hab' 3 getötet. Ich bin so gut. Super Ratio. Mach weiter. Ich hab' 7 Kills und 17 Mal gestorben, also auch nicht besser. Hast du gerade Schnauze gesagt? Mhm. Ich glaub' ich hätt' das gleiche gesagt. Genau, Ghost Stalker. Abozahlen sind total egal. Das interessiert keinen. Ach so. Die schlechtesten Teams werden immer rausgeworfen, oder wie? Ich weiß es nicht. Ich geh' Red Team. Ja, ich bin jetzt auch bei den Spartanern. Oh, ich nehm' mal Wikinger. Ne, ich nehm' Spartaner. Moment, ich kann aber trotzdem. Ach ne, es werden einfach immer weniger Teams. Hä? Lass' den Himmel versuchen. Ja, es sind verschiedene Modi hier weg. Ist der jetzt aufgefangen? Jetzt sind wir rot. Wie die halt laufen. Hört doch mal auf euch gegenseitig zu hauen, ihr Penner. Aufhören. Moment. Ach so, wir sind ja alle rot. Ja, genau. Are you Bruga vom YouTube? Der ruckiger Dan. Ich kann's gar nicht lesen, so klein ist das. Nein, ich bin nicht Bruga vom YouTube. Wie ist das so? Ich bin Bruga vom jüdischen Volksfront. Die Volksfront von Judea, meinst du? Das ist das, die ausgesicht die Team sind. Aber Bruga, was ist eigentlich mit dem Populären passiert? Was passiert? Ich weiß es nicht. Die haben wir assimiliert. Die ist jetzt bei uns. Sag mal, warum machen die sich gegenseitig? Seid ihr blöd? Es sind insgesamt sechs Gegner und es sind wahrscheinlich zu zwölf oder zu sechzehn. Dreckiger Dan findet mich fett, sagt er. Kannst du sagen, dass er grad im Livestream ist? Ich bin nicht fett. Später auf YouTube landet. Du bist voll fett, Mann, überhaupt. Guck mal, die Mann, die ganze Teamkills da oben, die Penners. So macht ihr das? Hoi! Jetzt ist es die wenigsten rausgeklicken. Ja, das kill ist süßt. Richtig Wahnsinns. Wahnsinns? 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 Wahnsinns! Hör doch mal auf mich zu Hause! Wahnsinns! 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 Das die mir abzieht! Oh! Der dreckige Danhaus ist nicht tot. Das ist ein Schwein. Ich mag dich nicht mehr. So. Die Piraten, die laufen es ist so gut. Wo sind die ganzen blauen? Ich will die gar keinen. Ich weiß nicht. Ich find's doof, dass meine Schrift so abgeschritten ist, weil ich auch 720 spiele. Hm. Das ist das Format im Brot. Ja, Moment. Du sagst jetzt bitte warm, Herr Revy. Haha. Tanzer. Guck mal, der hat mich drauf getanzt, die Tanze. Oh mein, diese blöden Tooltips, ne? Ich drück die die ganze Zeit weg und die kommen immer wieder. Ich glaube, ich sollte eine andere Klasse nehmen. Solltest du. Guck zu Mundu. Ah, die Vikings. Die hauen sich die gegenseitig, finde ich so. Die kommen alle aus Minnesota. Da können wir uns sowas mal leisten. Ich glaub, die raffen nicht, dass Rot und Blau Teams sind. Die hauen sich die ganze Zeit gegenseitig, die blauen. Blöden. Blöden. Ausch. 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 Sie sind so blöd. Ne. Oh, boah. Nein. Nein. Warum sind die so schneller als ich? Ich renne und die kriegen mich noch im Laufen. Boah. Jawoll. Ich versteh das nicht. Bruna, ich versteh das nicht. Du hast mich. Wurzeln. Da muss ich nochmal überlesen. Was ich da jetzt machen. Oh, blau. Ah. Es ist schon heftig, wie die fünf Gegner auf einmal sich eingreifen und die Übel sich einfach komplett verloren wird. Au. Oh, ihr Penner. Warum haben die so ne hohe Reichweite und ich renne weg und werde ins Kreuz gehauen? Eigentlich müsste man jetzt folgendes machen. So nen Bogen nehmen und sich einfach außerhalb von allen... Ja, aber dann machst du nur Teamkills, weil hier so viel Gewusel ist weg. Ja, dann schnau wieder. Aber Support. Falls ich gehören. Es geht ja so ein bisschen auch darum, dass das Team gewinnt, ne? Ja, hab ich mal gehört. Das ist dann also so Solo-Nummern, die sind immer dann so nützlich. Ne? Jawoll. Oh, Kinder. Teamkill. Ja, warum hab ich jetzt n... Ey, Leute, ich bin in eurem Team heute aber auch nicht zu hauen, ich bin ja die bescheuert. So. Die sind so blöd. Guck mal hier, die sind in einem Team und hauen sich gegenseitig, wie ich gerade anschaue. Ne, das war ein Teamkill, was? Der ist doch eindeutig blau gewesen. Sag mal, Brugger, kennst du eigentlich Brot? Nein. Was ist Brot? Was ist Brot? Weiß ich nicht. Hab ich aber mein Team mit dem Schild abgeworfen. Ernsthaft, warum seh ich nicht, dass das Feinde sind? Oh, ich hol mir jetzt mal ne schöne Cola vom Balkon. Nein. Nein. Warte mal, euch zu hauen! Kerl, ich bin bei dir im Team! Ne, ist er doch nicht. Bin ich jetzt... Warum bin ich jetzt... Leute, ich versteh das nicht. Die Leute sind ja eindeutig rot und... Ich versteh das wirklich nicht. Warum sind die Leute rot und hauen mich um? Ich... Hallo, wie wärs? Aus meiner Sicht sind das auf Runde... Oh, Leute, scheiße, egal. Da war ja keine Cola, ich hab da nur ein Bier gefunden. Alles schlecht. Ich mach das. 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 Also nicht hier, sondern die anderen hier. Mit ihrem Rumpeschrei. Sommer. Luger, ne? Ja, die mit ihrem Rumpeschrei hier. Die Nerven. Und ich weiß nicht, wer in meinem Team ist. Das ist total verwirrend. Auf und ab. Kann mir das mal jemand erklären, bitte? Heißt eigentlich irgendjemand im Stream hier, also im Chat, Jürgen? Mit Vornheim? Jürgen? 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 Ach man, ich rieb mein Bier nicht auf. Scheiße. Das Bier will nicht getrunken werden. Auch ab jetzt ist es meiner. Das Bier muss sich beugen. Oh komm, dreckiger Dan, was soll die Scheiße? Jürgen? Du hast eine Donauwälder, das seh ich. Sag mal, genug Viking gespielt. So, Ninja. Ninja! Ninja! Geiß Samurai ist mit einem kacken Hirn und so. Geh ab jetzt. Hau ab. Ninja! Freigehen! Freigehen! Oh Leute, ich hab keine Lust mehr. Ihr stört doch grad so ein bisschen mit deinem Zühlgequatsch, ehrlich gesagt. Ach so, der feine Herr muss sich konzentrieren. Ja. Muss ich, weil ich nicht weiß, wer bei mir ist. Der will uns Lust werden. Puh, nur Luftwärmung abgreifen, wir sollten das scheiß Video hochladen, damit du schon irgendwie uns fahren, so reichen. Kommt durch, das Spiel macht Pettigamme. Ich renne die ganze Drum und weiß nicht, wer auf meiner Seite ist. Das ist frustrating. Ja, Samurai, victory. Victory. Stamm euch zu hauen, ich bin bei dir im Team, du Schwein. Bist du dumm? Du kannst übrigens den Speer werfen auch, hab ich gelesen. Ja, geht nicht, ich hab G gedrift die ganze Zeit. Sag mal, der haut mich immer noch. Alter, das ist ja wirklich ne Map-Auswahl, nicht schlecht. Bro, wirf den Speer! Wirf ihm! Mach ein auf Leonidas! Doch, wir lesen den Chat, Blackfighter. Natürlich lesen wir den. Oh, verlaubt. Die! Weißt du was, meine Mama hat immer gesagt... Die, ja. Die steht im Start und macht wo. Markt und verkaufen Zwiebeln. So. Was? Die. Die. Nicht sie, sondern die. Ja, weil sie, sie ist ja noch... Die da! Die blöden Penners! Die. 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 Ich will ein Pizzer. Okay, welche Meister ist ja schön. Zu wem gehen wir? Wechs. Wechs. Was machen wir denn? Pirates, Vikings. Ich geh mal zu Vikings. Okay. Ich hab noch keinen weiteren. Schade. Ich glaub das ist sogar ne Map aus Baddivile Warfare. Ja. Bisschen düsterer. Ein bisschen ruhig. Wenn so laufen würde, wie jetzt immer, dann wär's richtig gut. Warte mal, ich stimm mal ganz die Effekte. Hier mit einem Scheiß gekrancht, meine Güte. Ey, könnt ihr mal aufhören, mich zu hauen, seid ihr behindert? Doktor Hase. Ja, danke Doktor Hase. Ja, Bruder. Ja, Bruder. Speist ihr eigentlich heute Nacht in der Hölle? Ja, bitte. Gut. Aber das. We die dine in hell. We die dine in hell. Bleib. Bruder, wenn du schlau bist, sag mal was. Was schießt denn da auf mich? Was schießt denn da auf mich? Was schießt denn da auf mich? Was schießt denn da auf mich, ihr Penner? Ja, wir werfen uns ja bis Bordeaux mit Schilden, die wir spielen. Oh, Mann. Sag mal, komm Killer, bist du hier im Chat, oder bist du ein Arsch? Blöder. Der will nur mich killen die ganze Zeit. Und dreckiger Dan genauso. Der dreckige Dan. Der dreckige Dan. Es sollte ja eigentlich noch Cowboys geben. Das wär auch ganz cool. Sag mal. Ja, Cowboys sind nicht gut. Leute, guck mal, die stehen sich da zu dritt und hauen sich gegenseitig. Die sind alle in einem Team bei mir. Also, die haben ja Wikinger, Piraten, Samurai, Leonidas und Cowboys. Die passen da wirklich gut rein. Das passt alles. Könnt's doch Zombies rein, wird keinem auffallen. Nein, Zombies. Aber Cowboys, die passen da rein. Oh, verdammt. Oh, das war knapp. Äh, Scully. Was habt ihr mal von den Kopfharts? Das war meiner. Erklären, warum Punkt vor Strich richtig ist. Man weiß es nicht. Ne, der ist ja ein Mathe-Student. Ich weiß ja, dass es wirklich ist. Aber ja, Ken. Warum kam eigentlich die Rägerin? Warum kam die Räger Punkt vor Strich auf? Ja, der weiß ja. Das war eigentlich total Reign, oder? Unser Team ist gerade gut dabei, aber ich leiste keinen Beitrag. Ich bin gerade mega gut dabei. Oh, Stacke. Die Capitation. Das ist so geil. Ey, ich mach das nicht mal aus. Räger zusammen auf Settler, Piraten. Ich finde, Zombies sind mittlerweile so ein bisschen Mainstream. Das ist so wie Drachen. Ist ja trotzdem recht gut. Komm, jetzt waren wir mal total underground. Da gab es einen Hype. Da gab es einen riesen Scheiß, Ritter. Was macht ihr denn? Da war der große Hype damals, dass ein Arzt vorbei ist. In den 90ern gab es gar keine Zombies. Und jetzt in den 2001, 2005ern und so. Ob dann gab es wieder Zombies. Ohne Ende. Jetzt bin ich gerade. Die Räger sind richtig dreckig mit dem Dorn. Die haben so eine Reichweite. Und auch noch die meiste Rüstung im Spiel. Ich hol mir auch mal ne Cola, Matti. Bis gleich. Träkiger. Moin, ne Cola. Boah Leute, ich kann so nicht weiterspielen. Ich habe hier nur 15 Frames maximal. Oh nein. Verdammt. Wart. Nein. Nein. Autsch. So. Au, okay. Warum war eigentlich hier mein Schild weg? Ja, fang mal mein Schild bitte. Irgendwie nicht so ganz cool. Na verdammt. Ich kann nur Pirat sein. Klasse. Warum habe ich eine Lederflasche in meinen Twitch gestellt? Wie scheiße war ich denn gestern, ey? Oh, komm. McCloud? Warum ist hier ein McCloud? Ich habe sogar noch nen Deckel drauf gemacht. Was war denn mit mir los? Okay, Scully sagt, Punkt vor Strich ist nur in Gruppen gültig, in dem das Distributivgesetz gilt. Das kann über das Distributiv... Och, eure Mütter sind in Distributivgesetzen. Ich mach mal ein Schild wieder. Jetzt... Boah, soll mal dieser Weg gehen? Hi, ich bin da rausgeflogen. Also, Scully sagt, Punkt vor Strich ist nur in Gruppen gültig, in dem das Distributiv... Das kann über das Distributivgesetz bewiesen werden, aber nicht in zwei Zeilen. Ja, das kennen wir ja alle schon. Es gibt allerdings auch einige Gruppen, in denen Punkt vor Strich nicht gilt. Eigentlich gilt das nur in Sonderfällen. Och, Leute, ist das jetzt wirklich interessant. Die sind jedoch die einzigen, die für die Schulmathematik relevant sind. Aha! Schön zu wissen. Sag mal, Wikinger, die sind alle bekloppt, die kämpfen nur gegenseitig. Miteinander. Anstatt dass sie auf den Gegner gehen, hauen die sich gegenseitig die Köppe ein. So kommt ihr nicht nach Valhalla! Damit das klar ist. Die wollen ja in der Fledermausland kommen. Ja. Ja, genau. Die war da. Nein! Nein! Manchmal läuft das so schön, ne, das Spiel. Und dann läuft es wieder total durchschießen. Dr. Hasel. Ja. 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 Das geht mir so auf den Sack hier. Ich krieg nur auf Matt. Matt ist gut. Ja, aber das ist halt an den Frames. Ich treff die Gegner nicht. Ja, nee ey. Pirat? Boah. Warte mal, Stern jetzt, du blöder Pirat. Dreckiger Pirat. Yes. Ich hab ihn den Arm abgehackt. Und jetzt noch den Kopf. Was? Na ja. Kann ich mal irgendwas... Kann ich mal irgendwas leisten? Jawoll. Ha? Und... Jawoll! Ich hab den Kill wieder fürs Tone gemacht. Jaaaa! Wetz! Du bist mein Held! Bring ihn! Bring sie alle um! Wie Teamkill. Willst du mich verarschen? Sehr gut gemacht, Ruga. Die Schnauze. Ja. Ich hab den Ritter gehauen und der rennt mir dann irgendwie direkt davor. Ich sag ja. Das sind die Frames, du. Ich bin voll der Leiche-Fletterer hier. Soll ich auch machen, wenn ich keine Lebendigen kriege? Oh, verdammt. Das darf nicht auffallen. Was war das eben? Okay, jetzt nochmal ganz kurz was zu dieser Ringe-Debatte. Ich finde, man ist kein Klugscheißer, wenn man jemanden verbessert. Aber, wenn man jemanden verbessert, nur um sich selber zu profilieren, ist man einer. Das ist der große Unterschied. Meiner Meinung nach. Haha! Decapitation! Uh! Schneid dir deine Gliedmaßen ab, du Schwein! Oh, wir stehen jetzt! Teamkill schon wieder! Boah! Jetzt mal ernsthaft. Ich komme mir total verarscht vor dem Spiel gerade. Ich schlag den Typen und mache einen Teamkill. Und wegen Kill, das ist für nichts. Das ist kurios. Ah! Kuriosos! Ja, ich glaube, wir spielen bald was anderes, weil mir geht's grad ein bisschen auf den Keks in niedrigen Frames. Ich kann echt nix reißen hier, ich merk das. Ich hab ja auch gerade mit 30 FPS zu kämpfen. 30 FPS! Oho! 30 FPS! Ich hab ja 15! Ich... Ich nehm das Spiel normalerweise mit 60 FPS auf, also. Ich hab 30 FPS! Ich hab 30 FPS! Hm! Dann bin ich schon wieder ein Teamkill. Eine Mathe-Formel dafür, dass Bruso schlecht ist, ist 1 hoch awesome. So, fertig. Die Formel ist Internet und Prozessor. Scheiß. Ich definiere den mathematischen Begriff Scheiß. Scheiß ist gleich x-mal Code. Ganz genau. So, keine Fragen mehr anruhen. Oh! Der Mann, der hat für alles, ne? Alter, schön! Okay, die Sonne raucht noch 3 Punkte, also von daher. Leute, es geht nicht! Ich krieg hier nur auf die Schnauze. Jawoll, der klaut! Was? Ich mag nicht mehr. Und ist letztendlich. Ich will mich nicht aufregen die ganze Zeit. Es ist eigentlich ein schönes Spiel, aber wenn's nicht geht, dann geht's nicht. Gleich retten wir wieder jemand ins Kreuz. Ich hab ihn eben schon gesehen und Penner. Ich stecke einfach mein Schildeschwein. Voll in den Kopf! Und der lebt noch! Feige! Yohoho! In den Boden fällt rum! Ja! Kunschaf! Das ist so feige, die kommen, wenn man grad mit einem anderen kämpft, ne? Feige sicher. Au, belaut! Ich weiß nicht mal, wie ich meine Waffen schmeißen kann. Ich hab das zwar belegt, aber er macht's nicht, also. Ich weiß doch nicht, warum das nicht geht. Nein! Blöd ist halt auch, wenn du zum 3GF-Pest hast, dann kannst du dich viel zu spät abblocken. Ich glaub Luna ist eingeschlafen, der wollte halt nur noch eine Cola holen. Ich bin doch schon wieder zurück. Achso. Ich hab' gesagt. Ach Mist. Stirb da jetzt 4 Schläge und der ist nicht tot. Scheiß Ritter. Die Ritter Bremen. Endlich. Wie lange du aber wirklich auf die einhacken musst, dass die mal sterben, ne? Da lacht mich aus da oben, die Sau. Lalsken, Brugansken, Schlechtsken. Da lacht ruhig aus! Lach mal! Lach mal! Lach mal! Komm, lach! Lach mal! 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 Hier, Crap Cakes are murder! Hervor, woah Was? Crap Cakes are murder! das war mir irgendwie genau an wie so ein sterbter Fettsack ja, der Eierhals ist so ein sterbender Fettsack ihr habt gefragt ich mache ne das hat nix mit PC an Stauben zu tun, der ist einfach schon zu alt mittlerweile glaub ich ne, das ist so ein Eierhals ich war total lustig, über euch das ist egal man muss uns freispielen, diese helle Barde, das ist ja bescheuert genau ist Gali, genau so ist es Gali genau so ist genau so ist was, man hat nur Fäuste? Gali, wenn ich dich das nächste Mal sehe doch, ich hab nur Fäuste kompletten Anlaufwart aufs Maul, ich bin hier frei für alles, aber gejointed hä? ja, du bist doch Crab Cakes am Mörder, oder nicht? ähm, ja, ich kenne dieses PUU Dingsbums fürs iPhone ich hab sogar so'n Vieh und ich hab ihm einen Anzug angezogen und so'n weißen Schnauzer und er ist komplett schwarz, er ist mein Super Sir ich glaube, der ist mittlerweile tot weil ich ihn so, fünf Monate nicht umwertet habe die verhungern dann da gibt's mehr Grab Cakes am Mörder Server äh, okay warte mal äh, wo bist du denn? wenn ich kannst ja mal kurz online kommen dann kann ich dir beitreten nö okay, gut außerdem bestehe ich nicht aus Matt ich hab da nur einen aber Mensch besteht nicht aus Matt denk drüber nach das ist hier ein Grab Cakes am Mörder, Freifaller und Team Deathmatch ja, Duel, guck doch mal nach Game Mode sortier mal nach Game Mode und dann gehst du auf Duel Grab Cakes am Mörder da ist bei mir gar keiner, das ist bei mir nur Duel, äh, Duel 24-7 ja, lass da drauf, aber das ist fast voll ja, das ist fast voll dann gehen wir mal auf London ja, nee, das ist auch 19.20 ah, jetzt werden wir drei angezeigt aber die sind alle in Amerika ne such nochmal, Crab Cakes am Mörder Duel 2 von 32, Dojo ah, das ist die schon ach, okay ich wollte dann irgendwie auch sagen, zum Aktualisieren das ist seltsam Alter, was macht das für Geräusche ach, oh, oh, oh ich habe jetzt gerade na, ich habe jetzt gerade DW, official, Duel Mode 17 von 20 Spieler aber sowieso einen Pink von 125 also von daher aber ich finde den nicht Moment, vielleicht kann ich dir irgendwie beitreten warte mal ich kann mal kurz online in Shit Team so jetzt muss es gehen ich habe auf Beitritt geklickt passiert aber irgendwie gar nichts hier ist auch irgendwie gar nichts los bei mir alles weg okay jetzt haben wir mal blöden Tooltips ich will die nicht haben Käpt'n Schnürschuh ist auch hier dabei Okay ja ich habe den Server gefunden sehr gut Papp 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 Phaap Papp Papp Phaap Phaap Papp Papp Pą Papp 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 Ihr habt mich die ganze Zeit getötet, ich mag euch nicht. Hey, ich bin der Maddy. Okay, was spiel ich denn? Ich spiel Spartan. Äh, Quatsch, ist am Reihe. Ich bin sauer auf dem Server. Oh, du Sau. 150% XP, okay, cool. Dreckiger Jorden, komm her. Ah ja. Sehr nice. Ah ja, du Sau. Ah ja. Oh, ich hab ihn. Bring ihn um, Bruder, mach ihn kaputt. Ja, ich hab ihn zerhackt. Bist du das, wer duckt sich denn da die ganze Zeit? Nein, 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 nicht hauen. Nö, Sau. Wie wir dann den Wurs später hatten, der bitte? Autsch. Autsch. Wenn man die Leute haut, wie böse ist das denn? Get ready. Fight. Boah, das ist ja ne richtige Noob-Taktik. Was? Von dem dreckigen Dan. Was denn? Der wirft erst mit allen Sperren, wartet, damit ich einmal getroffen bin und dann greift er mich erst an. Na komm, Soul-Taker. Ich glaub, Schusswaffen sind ja auch nicht so, wie soll ich sagen, werden nicht so gerne gesehen scheinbar. Das ist feige. Dann sagen die gleich, Noob-Bruder-Lol-Lol-Report-French-KS. Trotzdem mal. Englisch-only. Bier, Bier, Bier. Baguette, Baguette. Ah, meine Güte. Berlin, Berlin. Schmamsch, Soos. Los, See ist das. Soos. Alter Verwalter. Diese dummen Piraten, du hast keine Chance, die sind zu schnell. Wo bist du dann weg? Dreckiger Dan. Ja, nein! Nein, nein! Geht weg! Geht weg! Geht weg! Geht weg! Geht weg von mir! Nein! Okay. Dreckiger Dan, du bist ein Schwein. Du machst mich eh kalt, weil du siehst ja im Stream, wie es bei mir läuft. 15 Frames, ich hab keine Chance. Ich such dich gerade, aber bist du... Na, egal. Wieso hab ich das zweimal zu gewonnen? Au! Ey, der Speer, der zieht mir fast alles ab, ne? Der zieht fast alles ab, dieser blöde Speer. Ja, moin! Ich hab ihn fast geschafft, der hatte nix mehr. Nein, darfst du nicht. Natürlich hat Weisheit was mit dem Alter zu tun. Bis, Liebkur. Weisheit ist Lebenserfahrung. Kannst du nicht haben mit 17. Oder wat weiß ich. Ach komm, das ist feige. Ja, jetzt T-Bag. Mit dir mach ich nicht mehr. Dreckiger Dan. Pech gehabt. Und noch T-Baggen? Ne, T-Baggen ist kindisch, sorry. Mit dir mach ich gar nix mehr. Jetzt so. T-Baggen ist so bei Spielern gerechnet. Jetzt bin ich auch kindisch. Ja, T-Baggen ist COD. Ja, T-Baggen ist einfach nur bei Spiel... Bei... Bei Spielern ohne... Die das im echten Leben noch nie gemacht haben. Ohne, ohne Manieren. Wax, bist du gar im Duell, oder was? Äh, ja, aber ich hab jetzt auf die Nei gedrückt. Wo bist du? Ähm, ich geh mal an die Brücke. Bist du der Samurai? Äh, ja. Bleib mal stehen. Nex, hier komm, ich hau dich. BAM! BAM! Bring ich mal was kaputt hier! Sag mal! Wird klopst da auf beiden Stellen und um! Ähm, ich kann dich irgendwie nicht fordern, Wax. Ja, die Runde ist grad zu Ende. Ja, ich will noch... Das warten. Diese blöden Tooltips, dass man die nicht ausstellen kann. Draw! Ah! Robert! Als Ritzer ist man so langsam, du! Unglaublich! Okay. Es ist aber schein, dass es nur eine Duell-Map gibt. Ähm, ja gut, ich mein, das macht ja keinen Unterschied. Hau's dir in den BNR ein. Otr! Boah, eigentlich... Aua! Aua! Sag mal! Hör mal mich zerhauen jetzt die ganze Zeit! Das ist voll belastend! Voll belastend! Voll belastend! Voll belastend! Blal! So! Blalskin! 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 So, ich nehm jetzt mal was anderes. Ich nehm mal... Ich nehm jetzt mal den Ninja. Wo bist du eigentlich in Berlin? Oh, jawoll! Ich hab den Ninja! Den Kampfstock! Cool! Sim, sim, sim! Ich glaub Luna spielt wie der Harzstein! Ah! Bruga, wo bist du? Ich glaube... Bruga, muss man Viking spielen! Ja, muss ich, muss ich! Ich bin ja ein Wikinger! Auch im echten Leben! Mhm! Ich komm ja aus Dänemark! So, wo bist du Vex? Bist du ein Ninja? Ich bin bei dem... pinken Baum! Bei dem pinken Baum? Bei dem rechten pinken Baum! Ah! Ah ok, da! Vex ist bei dem pinken Baum! Woop! Oh, Vex! Oh, Vex! Oh, du bist hart! Ich fühle mich hart! Ich fühle mich hart! Ich fühle mich hart! Das Spiel ist nicht kacke! Du bist kacke! Du bist kacke! Ja, ist so! Das spielt ja nicht kacke, man! Wenn das Spiel eins ist, dann ist das klasse! Das macht voll Spaß! Wenn man spielen kann! Richtig! Du willst mich wieder backstabben, ne? Ich seh das schon! Habe ich dich gerade getroffen? Teabag! Oh! Ja! First Place! First Place! Jetzt! Oh! Jetzt werde ich sie noch den Kopf abhacken! Get ready! Na komm! Na ja dann! Jetzt kommen meine... meine tolle Wurfsterne! Fight! Na ja, hätten wir auch treffen können, aber nein, wissen nicht! Nein! Dürfen nicht! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Fucking Kopf geworfen! Lass! 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 Ach Leute, jetzt streitet euch nicht! Timeout und Warns gibt es halt, wenn jemand nicht aufhört zu spammen. Man verwarns ihn, als der Mod drauf sagt, hör mal bitte auf zu spammen, er spammt weiter, kriegt dann Timeout. Ganz einfach! Super Regel! Fertig ist! Ich will mindestens einmal gewinnen! Spam-Cups und äh, Massentierhaltung von Ausrufezeichen wird nämlich nicht gern gesehen. Es ist ganz normal ein Etikett, die gibt es schon seit 1990 und an die muss man sich halt halten. Richtig! Das ist seit in die Schweiz das Internet-App 100. Der Wicklinger ist einfach zu stark weg. Ja ja, wir werden schon so ne Sprachstelle finden. Lula, magst du eigentlich Fischstäbchen? Das Schöne ist ja, ich hab ja gute Performance gegen One gegen One. Joa, joa, ist schon lecker. Ich muss sagen, ich brage Fischstäbchen und danach mache ich so Toast nebenbei, pack dann schön Salat und Remoulade drauf. Boah lecker, ja, so ein Fischstäbchen-Sandwich. Das ist richtig geil. Jetzt haut er mich hier tot. Hör auf zu springen! Skully-Massenbierhaltung ist das Beste. Wie kann ich denn meine Waffe nochmal schmeißen? Das Beste ist immer noch Massenbierhaltung. Massenbierhaltung ist das. Massenbierhaltung? Ja, Massenbierhaltung. Oh Gott! Ich bin gleich tot. Nein! Der Stapf, der macht überhaupt keinen Schaden weg, weißt du das? Ja, ich... mir fällt schon auch. Irgendwie... Ich mein... Na klar, man muss dem Material auch irgendwie gerecht kommen. Sieht aber australischer aus. Das ist gut gemacht. Du bist ein Gude. Aua! Oh! Oh, mit deinem Shit zu schmeißen hier. Das schmeiß ich auch mit meinem Shit. Was hast du da? Wer hat da gerade Peng gemacht? Oha! Haha, ich kann den wieder ausdammeln. Ja, ich auch. Berlin, Berlin. Oh! Wow, das war ein One-Hit. Ich war ja auch fast tot, du Penner. Du hast mich zweimal mit den Shurikens getroffen. Oh! Get ready! Wie kann ich denn... Wie kann ich denn das Schild komplett wegpacken? Ich hab das irgendwie gemacht. Hör mal auf jetzt zu schmeißen was. Ähm, auf zwei, okay. Komm ich dir. Ach so, jetzt. Oh, du Penner. Der hat gut was gemacht. Oh Gott. Boah! Ja! Ja! Wie kann ich denn das? Boah! Decapitation! Oho! Ja, einfach. Oho! 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 Voll der Splattern! Shit! So ein Versuch wert. Komm her! Au! Hör auf mit deinem Shit! Du kannst viel mehr schmeißen als ich. Du kannst ja eigentlich alle eine Waffe werfen, glaub ich. Nee, kann ich nicht. Ich weiß nicht, wie das geht. Soll ich die ganze Zeit geh zum Schmeißen? Aber dann schmeißt du da das Schild. Au! Du Penner, ich bin gleich tot. Nein! Ja! Ich hab keine Lebensenergie mehr, ne? Oh, du hast keine Lebensenergie mehr. Klasse. Ja, ich hab... Ich bin gleich tot, ein Schlag. Mist, ich hab vielleicht nicht so... ... den Stock nach vorne schlagen sollen. Ja, das ist ein bisschen komisch manchmal, ne? Ohohohohohohoho! Macht das viel Schaden, das Schild? Ja, ja. Echt? Zumindest die Hälfte. Alter! Ja. Ja. Komm schon. Eben, so viel dazu. Kann ich mittendrin noch... Kann ich. Okay, gut. Kannst du? Was? Äh... Boah! Boah! Ich kann dir alles abhacken, du. Äh, Luna, magst du Pommes? Ja... Die rennen jetzt die ganze Zeit hier rum und lachen. Warum reden eigentlich alle Leute im Livestream über Lunas Ess-Gewohnheiten? Ja. Du hast keine Waffe mehr von mir, ja. Ich wollt grad sagen. Ich hab nur die Reste von gestern gegessen, was ich da übrig hatte. Und, äh, für so ne... Gingster. Knussbartei-Besage. Ja. Boah, jetzt geh ich auch wieder. Jetzt geh... Da ist der Berserkammer dran. Ja. Nein! 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 Au! Oh! Oh! Unstoppable! Unstoppable! Ska85, ich hab schon Mütter gebannt, die Kinder haben! Boah! Boah! Oh, Mann! Ja, sie tun ich! Ich find ihn total gut! Der hat meine Schuriken abgewehrt. Ja, das geht's. Ja, hat er gemacht! Wenn man countert, dann geht das. Geht's unter die Dusche, dann kommt hier ein Mako. Decapitellchen. Ja komm, lass doch mal... Deny, dann machen wir mal gegen die anderen mal, oder? Ja. Ja. Habst du zu langsam? Hab ich bisschen genug. Bits Vex. Bits Vexi Vexi. Ich guck mal kurz bei Mana zu. Wer ist denn das? Ich kann die Namen leider nicht gut lesen. Ähhhhh, das ist... Das ist äh... Daorilius und Nozzan. Das man noch treten kann, ist voll lustig. Jetzt kriegt er es zurück, der Comger. Hoffe ich doch. Komm, Killer. Ah, komm her. Dein Knüppel. Au. Alter Schwede, der Knüppel macht vielleicht Damage. Oh, Knüppel auf den Kopf. Der hat mir voll den Schädel ein. Der ist richtig schlimm, der Knüppel, der zieht mir voll viel ab. Oh, nur Spaß. Ich lüge nicht. Ich kann nicht laufen, jetzt. Ah ja. Ah ja, du Sack. Komm her. Komm her. Alter. Der haut mir durch den Block durch die Hälfte weg. Was ist da denn los? Oh. Boah, dieser Knüppel ist übel für den Samurai. Richtig übel. Seid ihr noch da? Ja. Nein. Klappt's weg. Ich bin gerade rausgetappt. Wie? Meine... Ja, gerade weniger Luskaufschläuferi. Zwar genug gesplattert und ich hab irgendwie ein Ping für 200. Weiß. Ja, boah, 280. Nein. 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 Der ist so übel. Der ist so übel, dieser Samurai-Knüppel, du. Ohne Spaß. Keine Chance. Keine Chance hab ich gegen das Teil. Also, ich bin nicht mehr rausgegangen. Warum? Ja, warum, Wex? Nur gesplattert. Also, ich. Das ist nie genug. Ich blocke und es macht überhaupt keinen Sinn gegen den Knüppel. Der haut einfach durch. Kranke Sache. So ein Knüppel ist ja auch ein bisschen heftiger als so eine Axt, ne? Also, wenn du mal so ein Knüppel über den Kopf ziehst, dann... Mit Schild geht's. Also, mit Schild kann ich's blocken. Ja, so ein Knüppel auf dem Kopf. Aber so eine Axt, wenn du so eine Axt durchs Gesicht kriegst, ja, dann... Komm, komm, dann kann man schon mal fünfmal machen, das ist kein Problem. Aber so ein Holzding, nee. Da ist vorbei. Obwohl, den hat er ja auch nur so eine Metalldinger da verstärkt, ne? Ja, da ist vorne so ein Schlabberratz drauf. Was ich persönlich ja jetzt als Feige bezeichnen würde, ne? Ja. Kann man sehen, wie man will. Haar, kommst du nicht zu mir? Ja, hihihi. Wer ist denn das? Ach, schon wieder Killer? Nee. Nein. Nein, nein, nein. Nicht schon wieder. Du hast wieder deinen komischen Kolben, da hab ich keine Lust drauf. Geh weg von mir. Geh weg. Geh weg. Der verfolgt mich jetzt. Was für Probleme? Na gut, Leute, ich würd sagen, was? Ein Schild schmeißen? Ähm, nee. Ich kann die Waffen komischerweise nicht schmeißen. Das geht nur mit dem Schild. Wie kann man taunten? Einfach linke Hand, Mittelfinger zeigen und sagen, ja, ich mag dich nicht. Ja, weiß nicht, was wollen wir denn spielen, Leute? Habt ihr noch Bock auf Contagion? Aber das ist ja auch doof, jetzt muss Luna wieder hosten und der tippt der gerade, wie blöd er ist, ist das weg. Das bin ich nicht. Luna? Luna, ja. Hm. Luna ist im Tunnel. Ja, Luna ist im Tunnel. Der hackt gerade die NSA. Ja, genau. Ach, Waffe werfen auf mittlerer Maustaste. Ah, Käpt'n Schnürschuh. Ja, sehr gut. Äh. Ja, ich weiß nicht. Was wollen wir denn noch streamen, Leute? Hm. Das ist dein Stream. Ja, ich weiß es ja nicht. Irgendein Spiel bräuchten wir noch. Icecatch. Wollt ihr noch Icecatch? Habt ihr Bock? Ah, ja. 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 Contagion. Ja, Contagion ist halt so eine Sache. Also bei Contagion wär ich dabei. Vor allem gibt ja auch Luna grad keinen Kommentar von sich. Luna. Sag mal, Luna. Luna. Sonst rufen wir mal alle zusammen den Luna. Mucki. Jetzt pass mal auf, du Arschloch. Das ist meine Schur. Ja, Luna, bist du da? Nö, nicht wirklich. Warum? Weiß nicht abwesend. Lass mal Contagion machen, komm. Nö, ich hatte keine Lust. Ach, Luna. So, Leute, dann werdet ihr jetzt Livestream einfach nur Gelaber von Bruga und mir hören. Bruga, wie geht's denn dir so? Ja, gut, Medi. Und dir so? Wie ist die Luft so in Österreich? Wollen wir einen Hack spielen? Ja, ist sehr gut hier. Sollen wir einen Hack spielen? Weiß nicht. Ne, sollen wir nicht. Ne, sollen wir nicht. Weiß nicht, was machen wir jetzt? Ja, komm, dann. Ah, ich hab noch Spelunky, oder? Ja, ist, glaub ich, gar nicht schlecht. Ist ein guter Lücken. Geht immer. Machen wir Spelunky. Ja, Leute, das war jetzt halt spontan Scream. Aber irgendwie ist es doch nicht so geil, das Spiel da jetzt zu spielen, weil es halt doch sehr laggy ist bei mir. Sehr niedrig framig. Tut mir leid. Ja, für unter der Woche ist es, glaub ich, ganz cool. 200. Vor allem war es ja kurzfristig. Jop. Das war ja eher so eine so, moin, geht los, Geschichte. Ja, moin, Leute, stream. Was, was, was? Was ist ein Stream? Ja, jetzt? Wie ist Stream? Stream? Nein, Stream. Ich weiß es nicht, Antonia. Luna, schmolzt du, oder bist du eingepennt? Hm. That's the question. Ja. Ja, Scully, das ist ja, wie gesagt, ist ja außer der Art. Außerdem schummelst du, Scully, hier beim traditionellen Ice-Catch-Finale. Der liest noch mal den Quelltext, ne? Ja. Guck mal hier, Mopsi. Guck mal, wenn ich mit der Peitsche schlage. Mopsi ist Beste. Was ist denn Burgenland? Kenn ich gar nicht. Sag mal, chatten jetzt Luna und wächst miteinander, oder wie? Ja, ja. Ja, ja. Ja, spielst du dann über euch. Ja. Merk, sehr. Oh, hier spielen wir nicht bis zur Runde. Was spielen wir jetzt? Spielen, wie? Guck mal, wenn ich an der Kante stehe, ist das so gut. Spielen, Spielen. Muss ich mal Fenster von hier? Ein Fenster? Ja, ein Fenster. Kein Fenster, sondern Fenster. Immer noch Chips. Dann kommt der Schwab wieder durch. Der Schwab. Ach man, da oben war noch eine Kiste. Jetzt habe ich mir die Kiste nicht geholt. Hey, Luna, mein Einstorf, jetzt bist du am Schmollen, oder was? Ach, ich darf mir hier wieder Sachen vorhalten lassen. Ich finde es immer geil. Ich habe auch gerade von anderen Leuten, was von anderen Personen erfahren, wo ich eigentlich mal mehr gehalten habe. Mich nervt das ein bisschen, wenn Leute nicht die Fresse aufmachen können, weißt du? Das ist doof, ey. Aber dann, wenn man bei anderen Leuten schlecht über einen reden, sowas hasse ich wie die Pest. Gerade Leute, die selber schuld sind an ihrer Situation, weißt du? Geben sie mir die Schuld dafür, für ihre Kacke. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber... Personen suchten die ganze Zeit lol, weißt du? Und hinterher sagen sie das zu mir, ja, ich bin sowieso immer nur abwesend gewesen. Wieso habe ich mir gedacht, ja, du weißt schon, wie ich meine. Ja. Na ja. Das ist eine weibliche Person. Ich bin ein bisschen auf den Sack. Ich bin ganz ehrlich, ich habe da keinen Bock, dann zu kommen, wenn ich sowieso nicht gemocht werde. Was soll ich denn dann da oben? Aber das ist nicht dein Problem, Luna. Muss sich nicht jeder mögen, siehst du mal so. Ja, aber wozu soll ich denn da hinfahren? Jetzt sind sie zu sauer auf mich, weil ich nicht komme, weißt du? Ah. Merkst du schon die Stimmung? Ja. Chena sagt schon. Es ist gerade ein bisschen down hier alles. Gute Laude, Leute, ich spiele Mopsi und Mopsi freut sich, weil er ein Steinchen in der Hand hat. Guck mal. Der hat ja gar keine Hände. Wie schnappt er das denn? Hat er den Maul oder packt er das so ein bisschen an seiner Halskette? Was ist denn da los? Er hat er unter das Halsband geschoben. Guck mal. Ja. Oh, warte mal, warte mal. Ich sehe gerade auf meinem Balkon ist noch eine Flasche Cola. Oh. Cola. Bier, 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 Bier. Ach ja. Hauptsache es schmeckt, ne? Ja. Ich meine Maddy. Also. Mopsi mampft Steine, genau, glaube ich auch. Mopsi mampft Steine. Ja, Luna, wir haben dich alle lieb. Weißt du? Luna, ja. Wir haben dich alle lieb. Der Stream hat nie. Ja. Immerhin das. Boah. Ich habe mich so down jetzt. Nimm dir nicht immer alles zu Herzen. Ich nervt das. Ja, es ist doch egal. Simple Ding ist simple Ding. Ich bin so kacke, weißt du? Wenn man mir eine Sache unterstellt. Aber statt aus mir nicht mal den Arsch nach Hause, mir das selber zu sagen, sondern über Dritte darf man sowas mal erfahren, weißt du? Ja. Das nervt mich. Die arme Raddy. Jetzt werde ich hier zugekackt, weißt du? Ich bedenke ja. Geil. Die hat noch auch nie Zeit für mich. Und soll ich jetzt auch mal für die haben. Ach ja. Ist schon schwer. So, 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 so. Wer ist denn da gerade so lecker? Ist das denn Wex? Ja, super. Was gibt es denn? Pringles. Oh, geil. Ich habe noch Kartoffelsalat. Bockwurst und Sambal Oleg bei mir, ey. Heute Abend ist Phase. Mettis Kartoffelsalat. Eskapazen. Der ist super. Mit Eiern. Ah, mit? Ja. Brauchen Eier. So. Ja, siehst du, mindestens 176 Leute haben Luna gern. Siehst du, das ist doch viel schöner Luna, als wenn ich bestimmte Personen nicht mögen. Richtig. Weißt doch da drauf. Nur zu den bestimmten Personen habe ich halt persönliche Bezüge auch, das ist das Problem. Nichts gegen euch, Leute, aber. Wenn euch ein ehemals guter Kumpel oder ein guter Freund auf einmal nicht mehr mag, dann ist das schon ziemlich scheiße. Hoppla. Ich könnte jetzt ein bisschen Lebenserfahrung sein. Also ich angebe, ich den gestern Tag nur mein Leben ein paar Golder und sowas, wo ich mir denke, ey, ich reiß meinen Arsch auf. Also ich eben nicht mehr nur mein Leben ein paar Golder, ich versuche, andere Ziele zu verwirklichen. Ach ja. Erzähl doch mal was Lustiges, Luna, komm. Schwank aus seiner Jugend, genau. Ich schwank aus meiner Jugend. Alter Sack. Wex ist eh fett. Drücken, da zählen, Mann, da ist nichts zu erzählen. Der Wex ist richtig fett. Der fäßt den ganzen Tag nur Pringles. Ist so. Ja, und trotzdem wird er nicht dicker. Ja. Oh, oh. Ich weiß gar nichts. Nehm nicht ab. Oh, das hat doch nichts mit dem Essen zu tun. Weißt du, was mich das erinnert? Kennst du den Heinz-Rühmann-Film, wo sie nach Italien fahren? Da sitzt so eine 150-Kilo-Frau am Tisch und schaufelt sich gerade so mit so einer Kelle Kartoffelbrei rein. Die sagt auch so, ich kann machen, was ich will. Ich nimm mich ab. Muss an den Größen liegen. Ja, bei mir ist ja irgendwie, wenn Stoff wächst, ist zu schnell oder sowas. Keine Ahnung. Ja, aber du bist ja auch noch, wie alt bist du jetzt wächst? 19? 18? Warte. Warte. Der Maddie wieder richtig schluss. Mit 18, da konnte ich auch noch. Weißt du, nachts betrunken aus der Kneipe kommen, eine Pizza essen und dann am nächsten Morgen war das weg. Ich hab nicht ins Bett gekackt und gar nichts. Aber es war weg. Es war weg. Mein Stoffwechsel hat es durchdiffundiert und mittlerweile ist das nicht mehr so. Nee. Nee, nee, nee. Absolut nicht. Das geht auch gar nicht mehr. Da muss ich nur noch mal mir ein Wal angucken und hab schon drei Kilo drauf. Ist so. Ein Wal angucken. Oh Mann. So, was haben wir denn hier noch schön? Aua. Och Mann, warum springst du nicht, Mopsi? Vom Seil abspringen ist doch nicht schwer, du. Guck mal, so geht das. Mach's dir einfach. Wo ist denn die blöde Kiste jetzt? Wo hab ich diese Kiste verpasst? Ernsthaft. Hört's mir eigentlich so kalt. Ey Leute, ich werd grad bekloppt. Ach, da oben. Guck mal, da oben ist die Kiste. Ich komm mir ja leicht verarscht vor von dem Spiel. So leicht. Das ist die Wagnis, Bruder. Wiggedy-Wag-Kiste. Wiggedy-Wag. Betty, warum spielst du eigentlich Spelunky nicht? So schwer ist das gar nicht. Das Spelunky ist voll gemein. Ich hab's ja mal aufgenommen. Ich hab's mir hinterher angeguckt und hab gedacht, alter. Alter, ja. Du hast es wieder abgelöscht. Das ist so eine halbe Stunde, nur Level 1. Das kannst du nicht bringen. Also Blackfighter, wenn du weiter jetzt so machst, dann wirst du echt mal gebannt, du. Freund. Ist das nicht mein Spiel? Natürlich ist das mein Spiel, du. Macht richtig Spaß. Das hat der Bruder gepachtet. Wusstest du das noch nicht? Das hab ich gemacht. Nein. Die Entwickler haben sich so ein Panda vorgestellt und dann haben sie das Spiel gebaut. So war es. So nicht anders, Kerli. Genau so. So's. Genau so's. So. So. Jetzt hätte ich gern mal was Gescheites hier. Ich hätte gern mal ein paar Dienen. Ein Bier? Ein paar Biernen. Biernen? Hm. Biernen? Ein paar Diernen. Obst. Was? Ja. Was ist los? Nett. Bierst Obst. Lecker, lecker. Ich glaube aber trotzdem, ich werde hier im Dschungel sterben, wenn das so weitergeht. Oh, super. Ich hab gern ein bisschen Angst. Oh. Nein, 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 nein. Geh weg, du blöder Affe. Wie viele Ecken hat ein Quant? Luna. Wie viele Quacken hat ein Quant? Wie viele Quacken? Pfiff. Ja. Pfiff. Auf welcher Temperatur gefriert? Grau, oder? Michael Jackson. Michael Jackson! Michael Jackson. Wer moderiert? Jeder gegen jeden. Michael Jackson. Michael Jordan, was? Ja. Michael Jackson. Michael Jackson, richtig. Wie viele Beine hat Jesus? Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Welches Instrument wird dem Verlierer in den Arsch gesteckt? Boah. Die Flöte. Richtig. Nicht. Lol. Letzter bescheuerte Spruch von mir heute. Durchfall in Fahrprüfung. Fahrlehrer sichtlich angeschissen. Der ist cool. Zill. Äh, äh, äh. Oh. Schwarzmarkt. Black Market. Kauf ihm die Butze leer. Ich muss wahrscheinlich töten gehen, weil ich hab zwar 50.000, aber ich hätt gern noch ein paar leckere andere Sachen. Wohl statt Black Market hier. Der muss ja irgendwo sein. Erstmal die Kabbalah. So. Blick, Blick. Ich glaub ich seh ihn schon. Nein. In der Wand ist er noch. Cheat. So, warte. Ich hab mir aber noch ein bisschen wat. Immer mit der Ruhe, Junge. Immer ruhig. Ach ja, dann muss ich mir wohl doch. Hm. Ach, der Dave ist ja auch da. Moin, Dave. Dave ist nicht da, Mann. Ich muss mich konzentrieren, die anderen sagen nix. Das ist voll frustrierend, ne? Ja, das ist wirklich doof. Wat ist mit Vex? Wat ist mit Luna? Hallo. Ja. Hallo. Ist schon spät jetzt. Alter, Mann. Scheiße. Es ist nach 8 Uhr durch, ey. Ich muss morgens zur Arbeit, Mann. Schlush, Kerle. Schlush. Ich schreib mich krank. Alter, scheiße. Attest einfach draufschreiben. Ja, gestern Livestream bei Kruger. Es geht überhaupt nicht, Mann. Ja, nee, nee, nee. Ich geh ja zur Schule, also passt das. Ja, dann kannst du... Da gab's bei uns immer so Zettel, die konntest du selber ausfüllen, so von wegen, ja, moin, war nicht da. Ja, wir schlagen es einfach drauf. Dina 4 Platz. Ja, krank. Das Datum. Ja, fertig. Die interessiert das da überhaupt nicht. Die lesen sich überhaupt nicht durch. Schauen Sie uns an. Aha, okay. Wenn mein Lehrer bekommt so alle zwei Tage drei Entschuldigungen. Metti, sollst du mal die Eierhalsstimme machen? Metti, mach mal. Metti, Metti, Metti. Metti, könnt Metti im Zuckus auftreten. Mit der Eierhalsstimme. Weißt du, ich versuch die ganze Zeit Eierhalsstimme zu machen, aber ich hab nicht die Stimme davor. Und... Ich finde, Ort Marzellau und Eierhals ist nicht weit auseinander. Nee, ne? Kustionelle Eierhalse. Der Ort Marzellau ist ein Eierhals. Jetzt haben wir das Mysterium geklärt. Leute, ich kann bedrohssterben jetzt. Nach diesem Livestream heute. Wir haben alle was gelernt und sind alle ein bisschen glücklicher geworden. Ja. Kau mal zu. Es sei denn hier. Wo sind hier die Ladies? Gebt mir euer Blut, ihr Schweine. Braucht das Blut. Nein, mein Blut. Nein, warum sprattet das so blöd? Das ist, was sie gesagt hat. Ah! Was? Du hast ja gerade gar nicht zugehört, aber... Muss lustig gewesen sein. Oh, jetzt hat es geleckt, als Maddy die Stimme gemacht hat. Schade. Ja. Ja, ist egal. Das sagt ihr doch nur, damit ihr das nochmal macht. Komm, verarschen lasse ich mich hier nicht. Nee, echt mal. Au. Das ist nicht fair von euch. Das ist nicht fair. Gebt mir euer Blut, ihr Schweine. Gebt mir das. Ich will das haben. Ich höre doch, wie euer Geld zählt. Ich höre, wie das Blut hier rumschlattert. Ich höre das doch. Das Beste. Bitterfülle ist. Die Stimme, Maddy, mit der gehst du mir echt ins Kindesbuch. Beste Stimme, wo geht. Du merkst, mit welcher Stimme denn? Gib mir dein Gold. Die ist noch viel besser, wenn ich krank bin. Wart. Warum das denn? Dann ist sie noch heftiger, glaub mir. Dann ist sie noch viel heftiger. Jetzt bräuchte ich mal wieder Seile hier. Das ist unglaublich. Ich höre das doch. Die kriechen in den Zwischenwänden rum und dann müssen die mir ihr Geld geben. Die machen das Ding. Da gibt es gar nichts zu lachen, dover Brugger. Gib mir dein Geld. Gib mir dein. Dover Brugger. Gib mir dein Geld. Dein ganzes DGN-Geld. Das gehört alles mir. Das gehört alles Geld. Und das von deiner Arbeit in der Diamantenmine. Alles mein. Ja, das sowieso. Das sowieso. Gib mir das Brugger. Du weißt aber schon, dass wir das meiste abgeben müssen da. Ja, ist wirklich total dämlich. So in Nordafrika. Was meinst du, was ist das? Die ganzen Blutdiamanten. Ja. Da bleibt nichts über. Ob ich es in die Goldene Stadt schaffe, ist schwer zu sagen, weil ich leider kein Cape habe und nichts. Es könnte zum Problem werden. Ich habe nicht mal die Kletterhandschuhe. Ich könnte mich hier noch ganz schön auf die Hundeschnauze legen. Äh, äh, äh. Nein. Fang dir das. Stammig. So. Schön. Ähm. Luna, Wex, hallo? Seid ihr noch da? Ja, ich bin noch da. Was für ein Item neben meiner Geldanzeige. Das ist das Auge des Horus. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas spielen soll. Solltest mal reden. Ja, das ist ja alles mit Gästen hier und so weiter, ne? Ja, klar, klar, klar. Habe ich mal gehört, ja. Nein. Das ist die für nebenbei. Ich habe es so gewusst, dieser dumme... Live-Stream. Meine Fresse, wir sind live. Oh, oh. Moderne Technik. Das geht heute Tag. Ja, moin. Danke, danke. Moin. Moin. Dieser dumme, blöde Schwarzmarkt. Mocking, du machst uns halt alles möglich. Ich könnte Knock Knock weiterspielen. Knock Knock? Knock Knock. Ja, wer ist da? Dave ist nicht da, Mann. Das ist schon geklärt. Warum gibt es hier kein Jetpack, verdammt mich? Knock Knock. Warum gibt es hier kein Jetpack, ihr Schweinebär? Das Spiel, das meinen kompletten Speicherstand gelöscht hat. Aua. Das hätte jetzt echt mein Tod sein können hier, aber ich weiß auch gar nicht, wo diese blöde Statue ist. Also es kann sein, dass ich mich jeden Moment erschrecken kann. Man spielt auch irgendwo Kusten jetzt. Deine absolute Nemesis. Äh, 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 äh. Was du hier vor dir hast, ist nicht das, was du mal als ein Spiel nennen würdest. Blah, 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 blah. What? Blah, blah, blah. Was würdest du nicht ein Spiel nennen? Also ich, das steht immer am Anfang bei, ähm, bei Knock Knock dran. Das kann ich mittlerweile schon auswendig. Das, was du vor dir hast, ist nicht das, was du normal als ein Game nennen würdest. Es ist mehr eine Meditation. Äh, mehr weiß er, ne, weiß ich nicht. Hab schon so oft lesen müssen. Hm. Ich kann's dir auch nicht sagen, ich hab's noch nie gespielt. Ist eigentlich ganz cool, aber irgendwie hat's meinen Spielstand komplett zurückgesetzt und ich weiß nicht warum. Es sei denn, das ist beabsichtigt, dass man mitten im Spiel das Tutorial Level nochmal spielt. Okay. Natürlich, einfach nur mal. Ja, du siehst gerade so ein bisschen schlechter aus. Du kriegst halt nicht wirklich hin in diesem Spiel. Meine Empfehlung für dich, spiel einfach nur mal alles von vorne. Yay. Ja, ich hoffe einfach mal, dass das so ist, weil ansonsten, äh, müsste ich so paar Nächte überleben. Das ist einfach viel Lust. Ich stell den Sinn auch nicht. Ich hab's doch mal reingeguckt bei Beta, aber irgendwie Hannes hat nicht so ganz verstanden. Ist halt eine Sache für sich. Der A-Sat ist halt wirklich gut. Hat was, aber ist auch wieder so ein Spiel, ist, ja, ist einfach speziell. Das erklärt's gut, Vex. Das hab ich alles verstanden. Danke. Ich jetzt nicht so wirklich, aber komm, ich fahr aber nicht weiter nach. Aber ich bin auch nicht hier, um irgendwie Spiele zu, vorzustellen, also von daher. So. Das reicht. Golden City it is, Volks. Euler City hast du gesagt, oder was? Golder City it is. Glaube ich zumindest. Nichts GG, Leute, das war beabsichtig. Euler City war. Ich muss hier sterben, weil ich das anker habe, sonst geht's ja nicht weiter, weißt du? Euler, das U-Pro geht mir gerade ein bisschen auf den Keks. Das ist eine gute Sache. Ein Cape. Wie, was für ein Spiel? Ich rede von einem Spiel Knock Knock. Och nein, das sieht bei dem Hund voll doof aus, das Cape. Schade. Ich hab gedacht, das sieht voll gut aus. Guck mal. Guck mal, der hat ein Cape am Hintern. Wie geil ist das denn? Guck mal. Ein Cape am Arschel. Ja, das ist so gut, echt. Ja, moin. Hier kommt mal ein bisschen das Cape aus der Po-Ritze raus. Oh, so richtig. Ich find's so gut. Oh, ich find das schön, Brugger. Mache weiter so. Ist das geil. Ach, da waren Seile drin. Na gut. Dann bin ich ja mal nicht so. Diese Schweine-Ufos, ne, die sind so mies. Die fliegen, die fliegen, hab ich auch schon gehört. Oh, guck mal, Machete. Machete kills. Mach-Mah-Di? Mach-Mah-Di. Nein. Ich muss tatsächlich nochmal von vorne spielen. Oh ja, das kann es sein, ey. Es kann so gut sein, oh meine Güte. Es kann so gut sein. Es hat so lange gebraucht, bis ich da eingekommen bin, wo ich war. Oh. Wie kann es immer passieren? Das Spielspartner hat seinen Fortschritt in der Registry, also irgendwie. Okay. Oh. Als erstes, schon mal eine Art und Weise überhaupt ein Spielschein zu speichern. Nein. Ich werde sterben. Nein. 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 Oh nein, es ist keine Daily Challenge. Oh, mein Gott, nochmal, komm. Oh, meine Phrasen, du. Nur weil ich keinen Kletterhandschuh habe. Dropped frames detected. Ja, ich droppe gerade wieder Frames, es tut mir leid, Leute. Irgendwas will da nicht so. Wop. Ich glaube sogar, das Stream ist aus. jetzt wieder rausgeflogen? Das ist total doof. Ich glaube, das Stream ist sogar aus. Oh, ich weiß nicht. Was war los, Luca? Bei mir ist es noch grau, verdammt mich. Ja, hast du gerade einen Disconnect? Nö, ich habe nur Frames gedroppt, stand da bei mir und dann war es. Du hast komplett einen Disconnect, also bei mir bist du aus Skype rausgeflogen und, ja. Okay. Der erste Konfer hat sich aufgegangen bei mir. Das ist komplett weg gewesen. Das ist doof. Aber ich habe alles aufgenommen, von daher. Oh. Ich habe immer noch kein Bild. Nochmal das Programm neu starten? Habt ihr Bild? Achter, wild. Oh, den Videos auch, jetzt habe ich wild. Ja, zonusch. Ja, keine Ahnung, ich habe gerade mal ein paar Frames gedroppt. Drop it. Das ist ja auch passiert. Drop it like it's hard. Drop it like it's hard. Das ist furchtbare Musik. Ja. Oder einen furchtbaren Menschen. Und wer war das nochmal? Wir suchen davon, Snoop Talk. Snoop Talk? Der ist doch cool. Snoop Lion mittlerweile. Hallo. Echt? Ich mag den nicht. Geh jetzt nach seinem Jamaika Trip oder was? Ich finde seine Musik so furchtbar. Meint mir auch nicht. Oh, wow, wow. Das war schon leicht erschreckend. Was? In dem Spiel. So? Achso, du spielst ja wieder deinen Klopf, Klopf. Ja. Ich muss ja irgendwann weiter aufnehmen. Machst du das jetzt? Nee, ich nehme jetzt nicht auf. Ich spiel jetzt wieder zu dem Punkt hin, wo ich aufgeraht habe. Ist der Stream wieder an? Leute, könnt ihr mich hören? Hallo? Ja, ich höre dich. Stream! Stream! Livyassar! Ja, Narsim. Narsim. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Sag ich so oft. Könnt ihr euch gleich? Ja, hab ich weitergespielt. Ich hab's durchgespielt heute. Vertrochen leider. Könnt ihr euch noch an den Stream erinnern, den Brugger und ich mit diesem, ja, in ein Glas sprechen eröffnet haben? Dementschul. Oh nein. Jetzt sieht gleich irgendwo ein Geist. Siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Nein, wo? Das ist aus, ich habe einen Geist gesehen. Das ist aus, äh, Dings hier. Puls. Was? Was ist aus Puls? Siehst aus, oder hast du einen Geist gesehen? Das ist aus so vielen, kann man gar nicht mehr zählen. Au, ich wollte es peitschen. Ich wollte die Falle peitschen. Ich lieg jetzt hier. Das sind normale Gedanken und er sagt ihr, er ist wieder durchgepeitscht. Das sind normale Gedanken, ja. Puls ist ja durchgepeitscht. Ich lieg nicht. Die sind die durchgepeitscht. Die sind sie. Ich sehe einen Jetpack, aber ich habe nur noch einen Lebenspunkt. Was machen wir denn da? Sterbe. Ist eine Option. Stirb, Bruder. Nein, diesmal nicht. Oh nein. Wirklich. Komm, baut sie mir Jetpack. Genau jetzt muss natürlich der dumme Geist kommen. Der kommt bei mir auch bald. Hier läuft ein Eiskel, da schaue den Rücken herunter. Wo ist Mopsy? Ich will noch Mopsy, dann habe ich wieder zwei Leben. Mopsy. Mein lieber Mops. Wie wäre es? Brauchen wir einfach ab? Bitte. Sigi. Toll. Mopsy zu der irgendwo in seiner Höhle drin. Mopsy. Und denk mich schon, like I give it. Oh. Oh nein. 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 Doch. Kannst nichts machen. Du wirst ständig. Doch mal, warum denn? SKL. Ich war fast fertig mit der Nacht. Nein, kein Geist. Das war ich. Ich bin der Geist. Wenn Geist nicht reinläuft oder so. Der jeden, der zu lange scheißt. Von hinten in die Klöden meint. Woher kommt das? Das ist der Klospruch schlechthin. Steht an jeder Toilette. Von hier bis nach Moskau. Aber da steht das nicht so dran. Da steht wahrscheinlich nur Rusku, Poshdusku, ha 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 ha. Wodka, Wodka. Ja, genau. Ja, so. So oder so ähnlich. Soß. Soß. Genau, Soß. Schlagsas oder Schokosauß. Lecker. Jetzt Zeit, geht vorbei. Wann ab nochmal? So. Ich fände das voll cool, wenn man Spelunky online spielen könnte. Ja, ich verstehe das sowieso nicht, warum bei Steam so viele Sachen momentan drin sind, die dann nicht für online sind. Ja. Ab nur lokaler Koop, als wäre das heutzutage nur jemand machen würde. Meine Fresse, man hat keine lokalen Freunde mehr. Seht den Tatsachen ins Auge. Echt mal. Jawohl, die Nacht überstanden. Das freut mich. Ja. Mich auch. Deswegen, das könnte man hier so perfekt spielen zu viert, ne? Das wäre so super. Ich glaube, ich müsste das Spiel hier einfach machen. Er hätte, er hätte Würstchenkette. Geht leider nie. So, was mache ich jetzt noch? Ich kann nichts mehr tun, du. Hätte ich hier noch ein Altar oder hätte ich jetzt Kleber, dann würde ich mir hier schön einen durchziehen, oder? Nee, dann könnte ich hier schön die Vault ghosten. Aber kann ich nicht. Gibt es denn einen Highfall? Schön mit Patek. Ja. Oh, ein Butterfix. Wow, das ist auch so extrem klein. Einfach mal dran schnüffeln. So, ich ist Butterfix. So, wo ist die Kischt? Wo ist die Kischt? Ja. Ich könnte wieder tausende Bomben verschwenden, aber ich möchte nicht. Mach es doch einfach. Bring alles um. Ja, das ist aber nicht zum Töten. Das ist zum Weiterkommen. Bombs are the key. Hop, hop, hop. Bombs are key. Besser. Steht keiner, ne? Ihr spielt nicht viel Binding auf Eis. Kann das sein? Nein. Ja, ich spiel das gar nicht. Ich kenn das gar nicht. Was ist das für ein Spiel? Das ist das Beste. Spiel das Beste. Spinnerich, geh mal nicht auf die Nerven, du. Komm her. Komm runter. Der Herr Spinnerich. Der Herr Spinnerich. Oh, Spinnerich. Spinnerich. Der macht dir nur Unfug. Das ist ein richtig gemeiner Kerl. Ich glaube, dem sollte mal irgendjemand die Leviten lesen. Einfach mal hingehen und pass auf. Ja, hier, Herr Spinnerich, ne? Sie haben auch seit 2003 ihre Miete nicht mehr bezahlt. Und dann geht's los. Ich hab keine Spike-Shows, sonst würde ich's da tun. Dann würde ich dem Regen wieder reindrücken. Wow, okay, das geht ziemlich schnell. Und ich hab Mopsy da oben. Ich will Mopsy auf den Altar opfern. Yo, Doc. Heard you like Mopsy. Oh, I heard you like Mopsy. So, we put a Mopsy in your... In your chest and Mopsy... Mopsy in your Mopsy? Ja, ich weiß nicht, wie wär's jetzt? Ein bisschen. Minimal. Nein, trifft er die Bombe da oben rein, Mensch. Hier wangst du diesen blöden Großvater-Spinnen hier. Die sind... Oh, Meno. Oh, wie viele das sind. Die sind so gemein. Die sollen jetzt alle hier runter. Nein! Ja, ihr wisst es nicht, aber die Spinnen machen zwei Schaden, wenn sie einen treffen. Was? Vollkommen überproportioniert, Brugger. Das geht überhaupt nicht klar. Du dumme Spinne. Die ist da reingehüpft. Das Dynamit. So, hoffentlich treff ich jetzt alle. Au. Na gut, einer ist draufgegangen. Sei kein böses Skelett. Au, ich krieg von President Evil Mc Mushroom, meine Freundesanladung. Evil Mc Mushroom. Evil Mc Mushroom. Der böse Pilz. So. Nein, Mopsy. Nein, ich werd sterben. Nein. Nein. Ah. Dammit. Dammit, dammit, dammit. Ich mach mal ein Speedrun. No Gold. No Gold. Speedrun. Ah, ist das so schön ruhig hier. Bin ganz sehr konzentriert. Oh, jawohl. Joker, der Analsturm. Oh, Leute. Der Analsturm. Möchte sie zu seiner Freundesliste hinzufügen. Der Geist, äh, tötet einen instant. Und er verwandelt Edelsteine in Diamanten, was das meiste Geld bringt. Aber, wie gesagt, er ist halt der Hauptnemesis. Und wenn er einen trifft, dann ist man tot. Ich werde verfolgt. Kacke. Verdammt. Oh nein. Oh, boah. Oh, das ist so. Oh. Nix da. So. Ich schaff das. Irgendwann schaff ich's vielleicht mal. No Gold. Speedrun. Straight to Olmec. Wow. Das ging verdammt schnell. Ja, deswegen nennt man's auch Speedrun. Ja. Sehr gut. Ich bin fast so weit. Ich hab jetzt 20... Wow. Was ich jetzt 20 Minuten gerade spiele, hab ich im Let's Play... Dafür hab ich zwei Stunden gebraucht. Das ist irgendwo... Bisschen traurig. Wie funktioniert das eigentlich? Du hast deinen Geist, der rennt rum und will dich töten, oder was? Ja, also dein Ziel ist es halt im Haus, also die Nacht zu überleben und du musst halt das Böse loswerden, indem du die ganzen Lichter im Haus anmachst. Ja. Okay. Und das ist eigentlich schon alles. Das ist schön. Aber weiter habe ich auch noch gespielt. Nein, ich hab Geld eingesammelt. Da gibt's auch noch Boss-Files und alles. Spelankgeber? Ne, leider nichts. Man kann's nichts... Man kann's wirklich nur lokal an seinem eigenen PC spielen. Finde ich auch ein bisschen dämlich, aber... Was würdest du machen? Ach, nehmen wir noch auf, tu mir leid. Gott, wir nehmen dich auf. Es ist auch kein Stream oder so. Hab ich schon vergessen. Ist total egal, ob ihr jetzt mit mir kommuniziert oder nicht. Bisschen Brain aufgab. Hallo, hallo, Bruga, ich bin der Maddy. Ach, hi, Maddy, wie geht's dir denn? Hallo, hallo, Bruga, ich bin der Maddy. Der Jobkeeper, das ist einfach nur ein richtiger, dreister Typ. Was meinst du, wie oft der mich schon umgebracht hat? Volles Schwein. Ja gut, du musst ihn ja nicht töten, aber... Aber du machst es gerne. Nur so aus Spaß. Geht's auch wieder, also Twix. Schieb's dem Opa einfach ein bisschen Schrode in den Popo. Also richtig. Steh da drauf. Steh da drauf. Oh, oh, leave your heart. Stop it, Ron. Stop it. Jesus, oh. Ich hab ein Jesus-Blühstil. Ja, vier Leute in einem Spiel, das ist echt schlimm. Also ich glaube... Du behinderst dich ja auch gegenseitig, das ist ja das Problem. Ist ja nicht so, als wäre da alles super hier, wenn man dann miteinander spielt. Nee, nee, nee. Wenn irgendeiner zum Beispiel peitscht, dann trifft man sich auch gegenseitig. Komm mal. Oh, der Penner. Ho' ab. So, Leute, wie war denn euer Tag heute? Meiner war gut. Ja, zählt wohl. Ja, Mann auch. Und durchwachsen. Na, wohl, Mann. Du, na, Sorte. Durchwachsen hab ich auch lange nicht mehr gehört, muss ich sagen. Ja, das kenn ich aber auch. Das ist so der Ausdruck für, ja. Eigentlich scheiße, aber ich will jetzt nicht weiter drüber reden. Ist, ne, ja, nee, eigentlich ist... Boah, ist, ist, ja, durchwachsen halt. Nichts Aufregendes passiert, aber scheiße war ich jetzt auch nicht. Das Schabke wäre so blöd. Ja, Entschuldigung. Luna wollte was erzählen. Erzähl mal, Luna. Komm. Du bist, äh... Ich habe fertig. Boah. Boah. Du bist heute so gesprächig, da muss man das mal ausnutzen, wenn du was sagst. Ja, vorhin war ich doch gesprächig. Die lache aber. Au. Die blöde Spinne. Ach, Leute, wisst ihr was? Ich würde sagen, wir machen mal Schluss, oder? Ja. Ja. Du musst das Eisenschmieden, solange es heiß ist. Und momentan ist es kalt. Ja, es ist sehr kalt. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Irgendwie sind die Leute so... Unter der Woche sind sie alle ein bisschen pissig, habe ich das Gefühl. Ja, wenn du von 8 bis 18 Uhr in der Uni bist und dann herkommst und dann geht's los. Ja, stream, stream. Ja, Moin, Maddy, mach mit. Gute Laune. Das war ja kein Muss, das war ja eine Frage. Nein, ich habe ja gefragt. Ich bin dabei, habe ich gesagt. Das war keine Frage, das war einfach nur eine Feststellung. Ja, ich glaube, ihr sagt es auch. True that, Maddy. Ja, gut, ich muss nur sagen, ich finde es eigentlich immer entspannend. Für mich ist sowas hier Entspannung im Gegensatz zur Arbeit. Das ist schön. Was Schönes, weißt du? Das ist ja was Schönes. Ja, was Schönes. Na gut, liebe Leute, ich hoffe, euch hat es trotzdem ein bisschen gefallen, auch wenn es sehr durchwachsen war. Ja, ne, ich bin auch gut drauf. Wahnsinns. Naja, liebe Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich werde das hier dann gleich hochladen, für die, die es nicht mitbekommen haben. Wahrscheinlich guckt sich das eh keiner an. Aber gut, wir sehen uns dann am Sonntag oder in den Projekten von einem von uns. Ihr wisst ja, wir sind alle vier Let's Player, falls ihr es noch nicht gewusst habt. Was? Ja, nein. Vielleicht. Unglaublich, oder? Die Spinne hat sich noch selbst umgebracht, die so blöd. Naja, liebe Leute, ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut. Jo. Jo. Ciao. Ciao.